Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend hier in der Villa Horion am Landtag. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, einige bekannte Gesichter, aber auch viele Leute, die ich noch nicht gesehen habe. Das freut mich ganz besonders. Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen beschäftigen. Wir haben bei den Piraten im Moment eine Themenwoche zu diesem wichtigen Thema. Wir haben innerparteilich diskutiert und wollen nun heute mit Leuten diskutieren, die eine Meinung dazu haben, die sich damit lange beschäftigt haben und wir möchten so ein bisschen neue Impulse für unsere Arbeit in der Fraktion sammeln und mit Ihnen und euch diskutieren, wo geht es hin, wie kann so ein Weg aussehen und wie können wir da auch als Fraktion weiter daran arbeiten. Zu meiner Person, ich bin Monika Pieper, ich bin eigentlich mit diesem Thema relativ wenig beschäftigt. Ich bin bildungspolitische Sprecherin, beschäftige mich also eigentlich mit ganz anderen Dingen, aber aufgrund dieser Themenwoche habe ich mich halt mehr und mehr so ein bisschen in das Thema auch eingearbeitet und festgestellt, na klar, das ist auch Bildungspolitik. Ich bin gerade aus Berlin gekommen, da haben wir das kleine Grundeinkommen der Bildungspolitik diskutiert. Da haben wir nämlich über offene Lizenzen und freie Lernmaterialien gesprochen, die allen Schülerinnen und Schülern Zugang zu Lernmaterialien und zur Bildung bilden und insofern glaube ich, dass es kaum einen Bereich gibt, der nicht von einem BGE betroffen ist und der uns alle angeht, egal in welchem Bereich wir arbeiten, uns beschäftigen und uns engagieren. Ja nochmal, herzlich willkommen. Ich stelle an dieser Stelle zunächst einmal unsere Gäste vor, über die ich mich auch sehr freue, dass sie heute den Weg zu uns gekommen, zu uns gefunden haben und ich glaube, das kann eigentlich auch jeder selber. Ich fange mal einfach an und gebe das Mikrofon hier. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sascha Liebermann. Ich engagiere mich seit etwas mehr als zehn Jahren für das bedingungslose Grundeinkommen, will die öffentliche Diskussion fördern dadurch, bin zugleich Soziologe und lehre heute an der Lahnishochschule in Alfter. Das ist eine private Hochschule, ganz in der Nähe von Bonn, am Stadtrand gewissermaßen gelegen und forsche zu dem Thema auch neben dem öffentlichen Engagement oder umgekehrt, wie man es nimmt. Ja, mein Name ist Michael Vielch. Ich erlaube mir mal ein bisschen abzulesen, weil ich bin doch nicht so saddelfest in solchen Podiumsdiskussionen. Ich war bis vor kurzem von Beruf leidenschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiver Taugenichts. Ich habe mich inzwischen, ja, leiste ich meinen ganz persönlichen Beitrag zur Senkung der Arbeitslosenstatistik. Ich bin nämlich dauerhaft jetzt in den Vorruhestand delegiert worden und dadurch hat eine ganz tolle Karriere für mich angefangen als Arbeitgeber. Ich beschäftige jetzt ja nur noch die anderen und ich habe eine ideologische Grundausbildung in der DDR genossen, hatte jetzt ein sehr langes Zwangspraktikum in der BRD und habe inzwischen einen Ausreiseantrag ins BGE gestellt. Und da der Antrag schon seit Jahren nicht bearbeitet wird, habe ich eben halt mich selber um das Thema, oder kümmere mich selber um das Thema Grundeinkommen. Ja, während das noch diskutiert wird in vielen Bereichen, haben wir vor kurzem die Initiative Grundeinkommen für alle gegründet, die inzwischen schon ein kleines Grundeinkommen für 34,49 Euro zum Beispiel im vorigen Monat auszahlt an immer mehr Empfänger, beziehungsweise mit den ersten acht haben wir angefangen. Und mein Schwerpunkt zum BGE ist Bewusstmachung zum Thema eben halt, dass für mich eine positive Wende niemals von der Parteipolitik ausgeht, sondern sie vom Volk ausgeht. Das ist meine eigene Erfahrung eben halt aus meiner DDR-Sozialisierung. Und aus dem heraus ist auch mein Motto, wenn du dich nicht selber kümmerst, kümmert sich die Regierung und dann brauchst du auch nicht rumzaueln. Danke. Mein Name ist Ronald Blaschke. Ich bin Mitbegründer des Netzwerkes Grundeinkommen des Deutschen Netzwerkes. Das hat sich im Jahr 2004 gegründet. Justament, als im Bundesrat quasi die letzten Absägungen erfolgten, was das Hartz-IV-Gesetz betraf. Ich habe das UBII mitgegründet, das Unconditioned Basic Income Europe. Das ist ein Netzwerk auf europäischer Ebene. Ich bin Herausgeber von verschiedenen Büchern zum Thema Grundeinkommen, beschäftige mich so zwölf Jahre lang damit mit dem Thema, auch zu dem Thema Armut, Wachstumskritik, Postwachstumsgesellschaft, feministische Zugänge zum Thema Grundeinkommen. Das ist so ein bisschen mein Terrain, was ich versuche, zu bearbeiten. Ja, hallo, schönen guten Abend, Werner Rätz. Erstaunlicherweise hatte ich gar nicht mit gerechnet. Bin ich derjenige, der sich schon am längsten mit dem Thema befasst. 1999 beim Weltwirtschaftsgipfel und dem EU-Gipfel hier in Köln hat es einen Gegenkongress gegeben, wo wir einen ausführlichen Block zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen und Existenzgeld gehabt haben, den ich mit organisiert und vorbereitet habe. Ein bisschen vorher schon ins Thema eingearbeitet, seitdem vor allen Dingen im Rahmen von ATTAC, AG genug für alle, an diesem Thema gearbeitet, umfangreich publiziert dazu, fünf oder sechs Bücher, sechs glaube ich inzwischen, mit anderen dazu herausgegeben, eine große Zahl an Artikeln und Zeitschriftenbeiträgen. In den beiden Netzwerken, die Ronald nennt, in dem einen bin ich nicht so aktiv, in dem Netzwerk Grundeinkommen, in dem europäischen Rahmen, wie Ronald auch, von Anfang an mit dabei. Und für uns ist innerhalb der ATTAC-Diskussion ein sehr wichtiger Punkt, da werden wir nachher inhaltlich noch drauf kommen, ein Grundeinkommen nicht nur, das ist es immer auch als Zugang zum Markt zu denken, sondern Grundeinkommen immer im Zusammenhang mit realer Versorgung, das heißt mit sozialer Infrastruktur, mit öffentlichen Diensten, Sozialsystemen und ähnlichem in Zusammenhang zu denken. Vielen Dank, ich komme jetzt mal dazwischen. Jetzt haben wir gehört, wie lange sich Einzelne schon mit dem Thema beschäftigen. Herr Professor Liebermann, wie lange wird denn dieses Thema überhaupt schon diskutiert? Wann waren die ersten Ideen? Wissen Sie das, wann das Grundeinkommen schon mal diskutiert wurde? Naja, das kommt ganz davon, hängt ganz davon ab, wie Sie das definieren. Es gibt manche, die definieren das sehr weit und dann können Sie die Anfänge eigentlich zurückverfolgen bis in die Almosenverpflichtung. Das hat dann nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir heute diskutieren als bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn man das enger sieht, dann ist der Zeitraum wesentlich kürzer. Dann ist die Frage, wie man das jetzt dann noch weiter eingrenzt. Aber da würde ich sagen, ist es und dann noch verbunden, nicht nur als Reparaturmodell, also negative Einkommenssteuer, das ist ja auch wieder ein Unterschied, sondern genuin als Leistung, die immer verfügbar ist, dann ist die Diskussion nicht so alt. Da können wir nicht mal die Experimente in den USA hinzunehmen und die Diskussion dort. Die gehört eigentlich auch nicht dazu. Nicht mal die 80er Jahre Diskussion in Deutschland würde noch dazu passen in der Breite, weil das nicht so klar war, wie dort das Grundeinkommen aussehen sollte. Also im Grunde, vor allem diese öffentliche Diskussion, wenn man das hinzunimmt, das ist eigentlich ein Phänomen der letzten zehn Jahre. Vorher war das eher in Zirkeln. In den 80er Jahren typischerweise auch. Es gab etliche Leute, die sich damit befasst haben. Aber das war doch sehr in bestimmten Kreisen verankert. Und obwohl die Argumente, die teils vorgebracht werden im Vergleich zu heute, die unterscheiden sich nicht so sehr. Da gibt es große Kontinuitäten auch. Aber die öffentliche Wirkung ist auch nicht, weder ist sie angestrebt worden, noch war sie als Resonanz möglich zu der Zeit. Ja, vielen Dank. Also ich habe mich natürlich so ein bisschen schlau gemacht und habe gelesen, es hat also auch in den USA Experimente, haben sie das gesagt, gegeben. Man hat das dort versucht und interessanterweise hat man es dann aufgegeben, aus welchem Grund die Scheidungszahlen stiegen. Also man hat den Leuten Geld bezahlt und dann hatten die gesagt, nee, das war irgendwie jetzt nicht so eine gute Idee und haben das wieder eingestellt. Fand ich total spannend, wusste ich nicht. Aber ich frage mich, warum gerade jetzt? Also es hat ja immer wieder Diskussionen die letzten Jahre gegeben, aber warum kommt die Diskussion gerade in den letzten Monaten wieder so sehr in Fahrt? Ich gebe das Mikro dafür einmal in die Runde. Also es gibt immer Auf und Ab und Wellen in der Grundeinkommensdiskussion. Vielleicht noch einen Einschlag. 1796 war Thomas Benz aus meiner Sicht in der Geschichte der Erste, der ein bedingungsloses Grundeinkommen nach unseren heutigen vier Kriterien begründet hat. Ich möchte nicht weiter ausführen, es war eine naturrechtliche Begründung. Der Mann war klug genug, das eine Frau aussprechen zu lassen. Es ging um Armutsbekämpfung bei ihm, aber um eine Demokratisierung der Gesellschaft inklusive Aufbau der Infrastruktur, ähnlich wie es Werner beschrieben hat. Also ein sehr Deutschland, Mitte der 80er, Anfang der 80er hatten wir in der grünen alternativen Szene und in der Erwerbslosen-Szene. Der eigentliche Big Bang im Sinne an der Geburt des Themas Grundeinkommen war das Existenzgeld aus der Erwerbslosen-Szene. Unabhängig von der Erwerbslosen-Szene 1980, 1981. Das flachte dann ab, dann kam die Wende dazwischen. Dann wurde vieles, was so an Diskussion, da war das schwappte sogar zum Teil in die Gewerkschaften hinein. Die haben das natürlich nur als Mindestsicherung im Rahmen der Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung gemeint. Dann war erstmal eine ganze Weile nichts. Dann gab es 1999 einen Existenzgeldkongress, das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen nach 1994 Kriterien. Dann war wieder eine Weile Ruhe und dann kam Hartz IV. Dann kam Sascha Liebermann mit der Initiative Freiheit Vollbeschäftigung, Netzwerk Grundeinkommen, Hype, Götz Werner und so weiter. Dann wieder ein bisschen Ruhe und warum nun heute? Wieder ist klar, alle diskutieren über Digitalisierung, Automatisierung und so weiter. Ein Thema, ich bin da skeptisch, ob das der richtige Zugang ist. Das ist übrigens auch oral, da wurde nämlich in den USA schon in sechster Jahren diskutiert. Fromm und wie die Theobald, wie die alle hießen, ist eigentlich auch alles nichts Neues, was wir jetzt erleben. Und natürlich die Schweiz, ganz klar, mit der Volksabstimmung befördert das. Das sind Auf und Abs sozusagen. Aber ich glaube, wir haben einen Zeitpunkt, der es inzwischen erreicht, man kommt um das Thema einfach nicht mehr drumherum. Ja, da ist einiges gesagt, das ich nicht wiederholen muss. Ich glaube schon, dass die Frage, der Arbeitsverhältnisse insofern eine Rolle spielt und auch in derselben Richtung und mit demselben Ansatz, die Frage des notwendigen ökologischen Umbaus. Wir haben in der gesamten sozialen Sicherung in Deutschland und in den meisten Industrieländern, wo man sowas wie soziale Sicherheit in relativer Breite überhaupt kennt. In der Regel soziale Sicherungssysteme, die an unselbstständiger Erwerbsarbeit anknüpfen. Und diese Sicherungssysteme geraten natürlich immer mehr unter Druck, sowohl durch die Entwicklungen in den Arbeitsmärkten und in den Arbeitsverhältnissen, wie auch zukünftig wahrscheinlich noch viel stärker als bisher durch den notwendigen ökologischen Umbau. Ich würde das nicht für ein Hauptargument halten. Insofern teile ich deine Bedenken, ob es der richtige Zugang ist, zu sagen, wir brauchen ein Grundeinkommen, weil die Arbeitsverhältnisse nicht mehr sicher sind. Das fände ich eine falsche Begründung. Wir brauchen ein Grundeinkommen, weil das ein wirtschaftsbürgerliches Grundrecht ist, anständig abgesichert zu sein nach den Möglichkeiten, die eine Gesellschaft bietet. Und unsere Gesellschaft ist reich genug, um alle Menschen anständig abzusichern. Also kann man das so fordern und muss es auch so begründen. Da sind nicht die veränderten Arbeitsverhältnisse der Grund. Aber Menschen haben Angst vor diesen Veränderungen. Wenn Menschen ihre gesamte Existenz davon abhängig sehen, dass sie einen Arbeitsplatz haben, mit dem sie genau wissen, dass sie die Umwelt zerstören, mit dem sie genau wissen, dass sie Dinge tun, Sachen produzieren, die kein Mensch braucht in Atomkraftwerken, in Rüstungsindustrie und wo auch sonst immer. Wenn man mit denen angstfrei darüber reden will, wie sich diese Dinge ändern lassen, dann muss man ihnen eine Antwort darauf geben, wovon sie leben sollen. Und diese Debatte, die Frage also, wie können wir die notwendigen gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen tatsächlich so diskutieren in einem breiten demokratischen Prozess in dieser Gesellschaft, dass die Menschen nicht ihre Arbeitsplätze verteidigen, so blödsinnig wie die auch sind, nur aus lauter Angst um ihr ökonomisches Überleben. An dieser Stelle gibt es sehr wohl einen Sinn, die Grundeinkommensdebatte einzuführen. Und diese Entwicklung, sowohl was die Veränderung der Arbeitsverhältnisse angeht, wie was die Einsicht in die Notwendigkeit des ökologischen Umbaus angeht, die hat sich natürlich in den letzten 10, 15 Jahren sehr deutlich beschleunigt, sodass wir es in den Gesprächen zumindest immer häufiger erleben, dass Leute kommen und sagen, ich habe das vor 10 Jahren noch anders gesehen, aber ganz offensichtlich sind Überlegungen umfassender sozialer Sicherheit nur noch möglich, wenn man sie sich so vorstellt, dass soziale Sicherheit gesellschaftlich hergestellt wird und nicht von den individuellen Arbeitsverhältnissen abhängig bleibt. Das ist also ein Punkt, der die Debatte einfach beschleunigt, auch wenn er der falsche Punkt für eine Begründung wäre. Also eine Sache würde ich etwas anders sehen, weil Sie haben jetzt vor allem die Angst betont, den Arbeitsplatz zu verlieren, als ein Grund der Sorge. Aber ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass die Vorstellung, es ist richtig, arbeiten zu sollen und zwar nur so, also es geht ja nur um diese Arbeit, nicht um die anderen sinnvollen Dinge, dass die unglaublich stark verwurzelt ist in unserem Selbstverständnis. Das reicht ja bis hinein in die Kitas, wenn von den Kindern natürlich erwartet wird, dass sie bestimmte Dinge ja lernen müssen. Und es wird gar nicht davon ausgegangen, dass sie die vielleicht lernen wollen, sondern die müssen das lernen. Also es wird auch für richtig gehalten und das macht auch die Diskussion so schwierig, weil wenn es um die Sorgen ginge und die Ängste, könnte man sagen, Leute, das Grundeinkommen ist eine gute Sache, um diese Ängste nicht mehr haben zu müssen. Aber dieselben Leute, die die Ängste haben, die finden es auch richtig, dass man arbeiten gehen soll, um Einkommen zu erhalten. Und das ist eigentlich die größte Barriere für die Diskussion, weil die zugleich eigentlich illusionär ist. Denn wir leben ja heute überhaupt nicht alleine oder vor allem auf der Basis von Erwerbstätigkeit. Das ist ja eigentlich die Fiktion dahinter. Sondern da werden viele Leistungen außerhalb des Arbeitsmarkts erbracht, die viel grundsätzlicher sind, die im Bruttosozialprodukt nicht auftauchen, die wir immer voraussetzen so selbstverständlich, Stichwort Hausarbeit, Care und so weiter. Und wenn es dann darum geht, uns zu fragen, ja und wie binden wir dann das jetzt zusammen, wenn das alles wichtig ist? Ja, Moment, aber da gibt es ja diese richtige Arbeit. Das ist die wichtige Arbeit. Und die andere, ja, das ist ja eine Privatsache. Das stimmt aber nicht mal volkswirtschaftlich. Das ist eigentlich die größte Barriere mit den Aufs und Abs in der Diskussion, würde ich sagen. Ja, für mich ist eigentlich das Grundeinkommen, das Thema Grundeinkommen spielt sich für mich mehr auf persönlicher Ebene ab. Und jetzt war ja die Fragestellung eben halt, ja, die seit wann es eingeführt oder seit wann es wieder jetzt interessant wurde. Für mich wurde es mit der Bundestagswahl 2009 interessant, beziehungsweise bin ich überhaupt erst drauf gestoßen. Ich wollte aufgrund der ganzen Enttäuschungen, die ich erlebt hatte, auch im gesellschaftlichen Bereich, wollte ich aktiver Nichtwähler werden und dachte dann, okay, nee, du kannst aber eben halt gar nicht wählen, geht auch nicht, weil dann wirst du von denen regiert, die du ja nicht wählst. Und bin dann nochmal die Liste eben halt durchgegangen aller Kandidaten und da stand dann Ralf Böse bei mir im Wahlkreis mit drauf, Berlin Mitte und da stand dahinter, stand da bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, was war das? Was ist das überhaupt? Habe ich mich informiert und schlagartig ist mir klar geworden, das ist das Thema. Das war für mich die Hoffnung, rauszukommen aus dieser Hoffnungslosigkeit eben halt und reinzukommen in eine andere Gedankenwelt, zu sehen, okay, das ist der Lösungsansatz. Dann habe ich mir das erst über die Wahl angeguckt, bin dann auch beim Ralf Böse in den Verein eingetreten, bin dann da wieder ausgetreten, habe es mal im Netzwerk versucht, bin da wieder ausgetreten, weil ich gemerkt habe, dass in diesen Strukturen kann ich nicht leben, aufgrund meiner ganzen DDR-Vergangenheit, eben halt mit Jungpionier, Thielmannpionier, FDJler und was es da alles so gab und habe dann angefangen, auch mit der BGE-Lobby eben halt die eigene Initiative, die kein Verein war, sondern einfach nur ein loser Verbund und habe mich dann immer mehr in die Thematik selber eingearbeitet, auch natürlich eben halt durch die ganzen Themen, die schon da waren, durch die Menschen, die aktiv waren und ich muss dann ganz ehrlich sagen, durch die Beschäftigung mit dem Thema Grundeinkommen habe ich meine eigene Wertigkeit überhaupt wiedergefunden, habe ich überhaupt gemerkt, ey, ich bin ja was wert, weil ich bin und nicht, weil ich was leiste. Und das war für mich so eine Erkenntnis, die mich dann immer weiter vorangetrieben hat und auf einmal gab es nochmal so einen Punkt, wo ich auf einmal gemerkt habe, halt mal, halt mal, halt mal, das Grundeinkommen, das ist ja nicht mal was Besonderes, das ist ja eigentlich auch kein Geschenk oder debattieren jetzt, ob man mir es leisten kann und auch allen anderen, sondern halt, das ist ja ein Grundrecht. Es ist ein Grundrecht für mich, weil ich sage eben halt, ich lebe auf diesem Planeten, ich habe das Recht, die Ressourcen dieses Planeten für mein Überleben zu sichern oder zu nutzen eben halt. Jedes Tier geht frühmorgens, wenn es aufwacht, erst mal fressen. Ja, nur mir verbietet man es. Ich muss irgendwo einkaufen gehen, muss dafür aber erst Drecksarbeit machen, damit ich an Geld komme und und und. Und deshalb ist für mich Grundeinkommen eben halt ein Grundrecht. Ich will es haben, ich will es, dass es umgesetzt wird. Punkt aus. Basta. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Arbeit zurückkommen. Sie haben das gerade erwähnt, müssen wir nicht eine neue Definition des Begriffs Arbeit haben. Die Diskussion ist alt, die habe ich schon während meines Studiums geführt. Was ist Arbeit? Also die größte Arbeit, die ein Mensch jemals verbringt, ist die eines Kindes, was sprechen und laufen lernt. Ist das auch eine Form von Arbeit? Es verbraucht unheimlich Energie. Da frage ich mich, brauchen wir da nicht erst die gesellschaftliche Veränderung, um zum Beispiel Ehrenamt höher zu schätzen, zu werten. Und steht dann das BGE am Ende eines solchen Prozesses oder würde ein BGE dazu führen, diese gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen? Da würde ich mal gleich einhaken, weil das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil für mich beides eigentlich zusammengehört. Das ist hier eine Wechselwirkung. Für mich immer der schöne Beweis mit der Abwrackprämie. Wenn ich die Rahmenbedingungen verändere, verändern sich die Menschen. Und wir haben im Moment Rahmenbedingungen, dass sich Menschen, sage ich mal, im schlimmsten Fall wie Schweine verhalten. Indem sie ausbeuten, indem sie versuchen, an Geld ranzukommen und und und. Und wenn wir die Rahmenbedingungen ändern, ändern sich die Menschen. Durch das Ändern der Menschen ändert sich die Gesellschaft. Durch die Veränderung der Gesellschaft verändern sich wieder die Menschen und und und. Also die Spirale würde in die andere Richtung sozusagen gehen und das würde sich eben halt das Grundrecht umsetzen, die Menschen würde umsetzen und so weiter. Und dazu muss kein Programm festgelegt werden, sondern, wie gesagt, die Rahmenbedingungen. Und für mich ist Grundeinkommen eigentlich die Abwrackprämie der Politiker. Ja, über den Arbeitsbegriff können wir natürlich lange reden und es gibt gute Gründe dafür, den Arbeitsbegriff so oder anders zu definieren. Es gibt gute Gründe, Arbeit so zu definieren, wie Sascha Liebermann das in der Tendenz eben ja schon gemacht hat, all die Dinge darunter zu fassen, die gesellschaftlich sinnvoll, nützlich und notwendig sind, an Tätigkeiten. Dafür gibt es gute und überzeugende Gründe. Dass ich das in der Regel nicht tue, liegt daran, dass mir dann ein Begriff verloren geht für eine ganz spezifische Form von Arbeit, die im Zusammenhang mit bedingungslosen Grundeinkommen eine entscheidende Rolle spielt. Diese ganz spezifische Form der Arbeit, damit meine ich jetzt kapitalistische Erwerbsarbeit. Dort, wo ich meine Arbeitskraft einem Dritten verkaufe, der dann bestimmt, welche konkrete Arbeit ich tue und dem das Produkt dieser konkreten Arbeit gehört. Und der es nur deshalb teurer weiterverkaufen kann, als seine Investition gekostet hat in mich und die Rohstoffe und die Maschinen, die es gebraucht hat, damit ich arbeiten kann. Der es nur deshalb dieses Produkt, das ich geschaffen habe, teurer weiterverkaufen kann, weil meine Arbeit dort eingeflossen ist. Diese Form der kapitalistischen Erwerbsarbeit ist die Voraussetzung zur Aufrechterhaltung dieser kapitalistischen Gesellschaft. Wenn diese Form von Arbeit nicht mehr abgeliefert werden muss und nicht mehr abgeliefert werden wird in dem Umfang wie bisher, kriegt die Reproduktion des Kapitalismus ein Problem. Und das bedingungslose Grundeinkommen lockert genau diesen Zwang. Das ist genau der entscheidende Punkt. Arbeit in diesem Sinne ist das, was den Kapitalismus am Laufen hält und das Grundeinkommen schafft mir die Möglichkeit zu sagen, nein danke, dazu trage ich nicht bei. Deshalb bin ich für so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sonst frage ich weiter. Kein Problem. Ja, aber dann muss ich doch fairerweise sagen, warum kommen jetzt sogar Leute aus der Wirtschaft auf die Idee, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu fordern, wenn Sie hier sagen, das macht mich freier und ich brauche mich dann diesen ganzen Zwängen nicht mehr aussetzen, dann ist es ja schwierig zu verstehen, warum jetzt ein Telekom-Chef hergeht und sagt, hey, das finde ich eine gute Idee. Nee, das ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Wobei bei Timotheus Höttges das schon ein bisschen erstaunlich ist, weil er eine andere Art der Argumentation hat. Es gab ja vorher Unternehmer wie Götz Werner oder auch Bernd Leukert von SAP, die im Grunde sehr kurz zusammengefasst, Herr Liebermann kann das sehr viel besser und überzeugender darstellen, als ich das kann, aber sehr kurz zusammengefasst sagen, es ist nicht Aufgabe der Wirtschaft, die Menschen mit Einkommen zu versehen, das ist Aufgabe der Politik, Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Menschen mit Gütern zu versorgen. Das ist eine in sich stimmige Argumentation, die ich so nicht mache, aber die in sich stimmig ist. Höttges argumentiert anders. Höttges argumentiert von den Arbeitsverhältnissen her, anders als ich es eben getan habe. Höttges sagt, wir haben eine Situation, in der nach und nach Menschen aus den bisherigen Arbeitsverhältnissen raus müssen, Menschen in vollkommen andere Tätigkeiten hinein müssen und es wird Übergangsprobleme geben. Wir brauchen hunderttausende Millionen von Einzelhandelsverkäuferinnen und Verkäufern nicht mehr, weil die durch andere Abläufe, durch technische Abläufe ersetzt werden können. Wir brauchen vielleicht genauso viele Softwareentwickler, aber die, die bisher irgendwo Güter verkauft haben im Einzelhandelsgeschäft, die können nicht morgen Softwares schreiben. Und da wird es Übergangsprobleme geben und diese Übergangsprobleme muss man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und könnte man zukünftig mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in den Griff bekommen. So argumentiert Höttges an dieser Stelle. Das wäre ein Übergangsmodell, das wäre nichts. Er wird leider in dem Interview nicht so intensiv gefragt, dass man herausfindet, ob er überhaupt eine Meinung zu diesem Punkt hat, ob er das mehr sieht als ein Übergangsmodell. Das wird daraus nicht ersichtlich. Was spannend ist bei Höttges und das ist völlig neu, auch gegenüber der Debatte, wie Götz Werner sie angeregt hat, der ja ein Finanzierungsmodell über eine Umsatzsteuer hat und ganz ausdrücklich sagt von der Wertschöpfung weg die Besteuerung, sagt Höttges, die Besteuerung ist immer der Wertschöpfung gefolgt. Die Wertschöpfung wird zukünftig durch Maschinen erfolgen. Deshalb muss aus der Wertschöpfung der Maschinen das Grundeinkommen finanziert werden. Aus den Gewinnen, aus den hohen Gewinnen der Internetkonzerne muss das Grundeinkommen finanziert werden. Das ist in der Tat für einen Vorsitzenden eines der größten deutschen Konzerne eine erstaunliche Argumentation. Da würde ich ihn gerne weiter nachfragen. Das hat die Lorenzo in dem Zeitinterview leider nicht getan, sodass man da nichts genaueres zu sagen kann, was sein Hintergrund ist. Aus der unmittelbaren Rolle als Chef eines großen Unternehmens ist diese Position nicht erklärbar. Götz Werners Position ist aus seiner Rolle als Unternehmer erklärbar. Die passt stimmig mit seiner Lebens- und seiner Arbeitssituation zusammen. Bei Höttges habe ich da in der Tat eine Schwierigkeit, das zusammenzubringen. Ich finde es bemerkenswert, wie er argumentiert, aber es wäre sicherlich mal den Versuch wert, ihn in eine öffentliche Veranstaltung zu bringen. Ich finde das auch nicht so überraschend, dass sich jetzt Vorstände von Unternehmen oder auch Geschäftsführer mit dem Thema befassen, weil in der Regel hören wir von denen ja nicht viel. Es sei denn, die sind Verbandsvertreter, dann tauchen sie in Talkshows auf und sonst sind die im Tagesgeschäft. Die äußern sich öffentlich nicht. Und deswegen haben wir mal den Eindruck, das ist eine ganz besondere Spezies Mensch, die vollkommen anders denkt. Und wenn die jetzt sich damit befassen, ist das ungewöhnlich. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben auf der Basis von Interviews mit Vorständen. Und da spielt dieses Thema, dass die Leute versorgt sind, eine so große Rolle. Das war für mich vollkommen überraschend damals. Das ist erstaunlich. Und die argumentieren da teils wie Gewerkschafter in diesen Gesprächen. Das waren natürlich Gespräche unter vier Augen und nicht auf einer Bühne. Das heißt, die können da Sachen sagen, die sie vielleicht nicht unbedingt nach außen sagen würden. Das darf man auch nicht vergessen. Ich finde es nicht so ungewöhnlich, dass denen das jetzt auch aufgeht. Weil die sind ja auch mit diesen Folgen konfrontiert tagtäglich. Bei Höttges kann man natürlich sagen, naja, die Telekom hat ganz spezielle Probleme im Unternehmen und Facebook und Google sind schnell und schneller als die Telekom. Es könnte eine gute Wahrnehmung dafür sein. Ich will einen anderen Punkt machen. Also diese, es gibt jetzt eine ganz große, also die letzte Welle jenseits der Volksinitiativen der Schweiz ist ja vor allem getragen durch Äußerungen zu den Folgen der Digitalisierung. Grundeinkommen muss her, weil die Digitalisierung dieses und jenes bewirkt. Und Herr Rätz hat ja schon ganz treffend gesagt, es ist dann nie so recht klar, ob das Grundeinkommen eigentlich etwas Eigenständiges ist, einen eigenständigen Charakter hat, eher hergeleitet zum Beispiel aus demokratischen Lebensverhältnissen oder ob das Grundeinkommen auch da eine Reparaturmaßnahme bleibt. Das ist wie in der demografischen Entwicklung. Also geht es dem Arbeitsmarkt schlecht, dann brauchen wir ein Grundeinkommen, dass die Leute versorgt sind. Geht es ihnen besser, schaffen wir es wieder ab, dann brauchen wir es nicht mehr. Man bindet damit das Grundeinkommen eigentlich immer an den Arbeitsmarkt. Und das halte ich für einen Grundfehler. Da müssen sie es nämlich aufheben, wenn der Arbeitsmarkt sich entsprechend verbessert. Es bleibt eine Reparaturmaßnahme. Jetzt denken wir mal um. Wir leiten das anders her, dieses Grundeinkommen. Unabhängig davon, würden das vor Augen haben oder schon eingeführt und dann würden wir über solche Phänomene ganz anders diskutieren. Die Sorge mit der Digitalisierung ist ja in Verbindung mit den Arbeitsplätzen. Wenn wir aber abgesichert wären mit dem Grundeinkommen, da könnten wir sagen, ja Moment mal, was entwickelt sich denn da genau? Vieles können wir ja überhaupt nicht genau absehen, was da passiert. Da werden ja viele Spekulationen angeführt, auch in den Studien, auf die sich bezogen wird. Die Debatte selbst ist ja alt. Technologische Arbeitslosigkeit, wie viel, wie umfangreich. Hätten wir das Grundeinkommen, könnten wir sagen, ja gut, also das entwickelt sich so, müssen wir aufmerksam sein, dass uns das nicht davonläuft, aber wir haben ja eine Absicherung. Da kann uns erstmal nichts passieren. Und heute ist diese Diskussion genau umgedreht. Das macht uns ja Angst. Also muss man Maßnahmen ergreifen. Hektisch. Und dieser Effekt des Grundeinkommens, ein bisschen entspannter auf bestimmte Probleme zu schauen, der gilt ja für viele andere Fragen gleichermaßen. Das hatten Sie am Anfang angedeutet. Es gibt nicht einen Bereich, für den das Grundeinkommen interessant ist oder zwei. Das geht ja eigentlich um ein Selbstverständnis, wie wir zusammenleben. Und die Probleme, wie wir sie heute wahrnehmen, nehmen wir wahr vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses, das wir haben. Und wenn wir Arbeit für so wahnsinnig wichtig halten, also diese Erwerbstätigkeit, ja dann sorgt uns das, wenn die vielleicht wegfällt oder unsere oder bedroht ist, prekär wird oder sonst irgendetwas. Wenn wir aber anders blicken auf die Welt und diese Absicherung haben, nehmen wir andere Probleme wahr, die vielleicht sogar viel drängender wären, über die wir heute gar nicht so viel reden. Vielen Dank. Bevor wir jetzt das Publikum mit einbeziehen, würde ich dann darauf nochmal eine letzte Frage gerne stellen. Was muss denn dann passieren, damit sich dieses Bewusstsein verändert? Das heißt, was muss gesellschaftlich passieren? Vielleicht auch, was können wir denn tun, die wir alle da stehen und sagen, das ist ein wichtiges Thema. Wie können wir das transportieren, dass sich da das Bewusstsein ändert, um dieses BGE tatsächlich nur von dem Arbeitsmarkt zu lösen, sondern zu sagen, wir müssen die Sache von einer ganz anderen Seite betrachten. Was müsste dafür passieren? Vielleicht noch einmal an alle. Vielleicht ganz kurz die Debatte, ein Recht aufzudiskutieren. Also wie die alten Naturrechtler im 18. und 19. Jahrhundert zu sagen, das ist ein Recht, was einem Menschen zukommt. Sie haben das naturrechtlich begründet. Man könnte es jetzt genauso aus der Gesellschaftenreichtumsdebatte, wer schöpft eigentlich Reichtum? Sind das nur Erwerbsarbeiten? Sind wir das alle? Schöpfen wir Reichtum, Wissensreichtum hier? Man kann es über diese Dimension machen, also die Rechtsfrage sozusagen klären. Was gekoppelt ist aber nicht nur an einen Bürger, sondern an Menschen grundsätzlich. Ich bin Vertreter einer menschenrechtlichen Debatte und des Zugangs zu dem Thema Grundeinkommen. Es wäre wichtig zu sagen, der Mensch hat das Recht zu existieren, egal was er tut oder nicht. Punkt. Und dazu gehört in einer Welt, wo Geld erstmal wichtig ist, um dieses Recht umzusetzen, Geld. Wenn ich mir jetzt eine geldlose Gesellschaft vorstelle, kann ich das Recht anders umsetzen. Da haben wir dann die Debatten, die auch beim Piraten geführt werden, kostenfreie Zugänge zu und und und. Es gibt sogar Leute wie Erich Fromm, die sagen, wir könnten sogar die ganzen Nahrung, Kleidung und bis in die Wohnung alles kostenfrei machen. So weit will ich nicht gehen, aber alles das kann man diskutieren. Die Überschrift ist ja nicht Grundeinkommen, sondern ist ja das Grundrecht auf bedingungslosen Zugang zu Ressourcen und meine Existenz, um gesellschaftliche Teilhabe abzusichern. Und diese Debatte zu verschärfen, ist aus meiner Sicht viel wichtiger, als mit der Automatisierung, Digitalisierung zu diskutieren, weil da viele, viele Probleme dranhängen. Ich wiederhole es nochmal, in sechs Jahren hatten wir dieselbe Debatte in den USA, und dann war es wieder weg vom Fenster, als es mal wieder ein bisschen Aufschwung gab. Das ist nicht zielführend aus meiner Sicht. Ja, diese Rechte-Debatte ist ein Ansatz, den wir genauso vertreten und verfolgen. Auch unsere Argumentation für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist im Kern eine menschenrechtliche. Auch da wichtig, was Ronald angedeutet hat, nochmal in aller Klarheit ausgesprochen, das Menschenrecht ist nicht das Recht auf ein Einkommen, das Menschenrecht ist ein Recht auf ein anständiges, materiell gesichertes Leben im Rahmen der gesellschaftlichen Möglichkeiten. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Instrument zur Einlösung dieses Menschenrechtes. Dieses Menschenrecht gilt aber bedingungslos. Es kommen zwei weitere Dinge aber hinzu. Das Erste, was hinzukommt, ist, wir können das. Unsere Gesellschaft ist erstmals in der Menschheitsgeschichte seit einigen Jahrzehnten weltweit so reich, dass sie tatsächlich alle Menschen anständig versorgen kann. Die ganze Menschheitsgeschichte war irgendwo auf der Welt immer durch großen Mangel ausgeprägt. Das ist sie auch heute noch. Das wäre aber heute nicht mehr nötig, weil wir über die Instrumente und Mittel verfügen, den Reichtum auch global vernünftig zu verteilen. Über diese Möglichkeiten verfügt Gesellschaften in historischen Zeiten offensichtlich nicht. Also es ist möglich, alle Menschen anständig zu versorgen. Deshalb kann man die Einforderung dieses Recht auch heute aktuell als tagespolitisches Recht einfordern und nicht nur als grundsätzliches Recht postulieren. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man von dieser grundsätzlichen Debatte wegkommt, weil Rechte kann man ganz viele haben. Es geht darum, die Rechte auch zu bekommen und nicht nur zu haben. Das ist heute möglich. Und ein weiterer Punkt ist in meinen Augen tatsächlich auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Da würde ich etwas, ich hatte das eben schon mal angedeutet, doch etwas deutlicher nochmal bei den Dingen bleiben wollen, die Menschen Angst machen oder die Menschen daran hindern, halbwegs anständig zu leben. Es ist die Angst um den Arbeitsplatz, es ist die Angst vor dem ökologischen Wandel in unseren Gesellschaften und in unseren Breiten. Es ist anderswo auf der Welt die Unlebbarkeit der Lebensverhältnisse. Die Tatsache, dass so viele Menschen zu uns in dieses Land und in andere Länder in Europa in den letzten anderthalb Jahren kommen, hat ja genau damit zu tun, die zeigt uns ja tagtäglich, wie unlebbar die Lebensverhältnisse in großen Teilen der Welt sind. Und in einer Welt, die so durcheinander ist, in der so viele Menschen überhaupt keine Chance auf eine gesicherte Existenz haben, in einer solchen Welt ist nicht nur menschenrechtlich und nicht nur aus einer Grundsatzdebatte heraus, sondern auch als tagespolitische Überlegung, es einfach dringend, Maßnahmen zu überlegen und anzugehen, die dazu führen, dass die Menschen wenigstens wieder ein Minimum an konkreter Perspektive und Hoffnung gewinnen. Sie hatten das angesprochen, Herr Liebermann, dass Unternehmensvorstände sehr wohl sich auch Gedanken darum machen, wie diese Welt funktioniert und wie Menschen versorgt sind. Und es ist ja auch so, ich beschäftige mich an anderer Stelle relativ ausführlich mit Lateinamerika. Und wenn man dort mit den Menschen redet, es ist auch für die Reichen nicht schön, in Gated Communities zu leben mit Mauern drumherum, wo man mindestens alle halbe Jahre die Wächter auswechseln muss, weil es höchstens ein halbes Jahr dauert, bis die Mafia die bestochen hat. Und wo man raus nur im Hubschrauber kann und im gepanzerten Auto und ansonsten Angst haben muss, entführt zu werden. Das ist auch für die nicht schön. Und eine Welt, die so durcheinander ist, dass man diese Angst haben muss, befindet sich einfach auch objektiv in einer Situation, wo man relativ rasch zumindest minimale Lebensperspektiven für alle wieder schaffen muss. Und das bedingungslose Grundeinkommen als globales Projekt ist genau eine solche Perspektive, die relativ einfach und relativ überschaubar zu machen ist. Also auch dieser tatsächlich praktisch-politische Grund würde ich nicht einfach so gering bewerten. Dann würde ich mal noch auf einen anderen Aspekt eingehen wollen, weil Grundeinkommen ist für mich ein sehr persönliches Thema. Ich maße mir nicht an, zu glauben, zu denken, zu wissen, was andere tun würden, wenn, dann und so weiter. Sondern wie gesagt, ich gehe jetzt von meinen sechs Jahren Erfahrung, über sechs Jahre Erfahrung als Aktiver im BGE-Kreis eben halt aus. Und ich habe mal da was vorbereitet. Und zwar ist meine Erfahrung, wenn ich mal diesen Kreis alles von BGE-Modellen nehme, nur kunterbunt und so weiter, dann sagt jeder Einzelne von diesen BGE-Modellierern, wenn einer davon in die Öffentlichkeit tritt, sagen alle geschlossen, nein. Zu diesem einen Modell, obwohl sie eigentlich keine Gruppe bilden, obwohl sie sich nicht mal bewegt haben, sagen sie aber oder definieren sich alle über das Nein als das Nein, weil sie sagen, dieses Modell ist falsch. Oder da ist das falsch und so weiter. Wenn der jetzt dann enttäuscht wieder zurück in die Gruppe tritt sozusagen oder wieder in diese Vereinzelung und der nächste raustritt, passiert genau dasselbe. Und in diesem Modus befinden wir uns ganz stark, habe ich festgestellt, dass wir einfach nicht sehen, dass die Ideen und die Gedanken des Anderen uns bereichern, die ganze Diskussion bereichert, Lösungswege auftut, Probleme aufzeigt und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass durch mehr Toleranz für die anderen Themen die Vernetzung dadurch von ganz alleine stattfindet, statt ich ein künstliches Netzwerk, sage ich mal, jetzt schaffe, um dann zu versuchen, wieder das, was nicht funktioniert, eben halt über ein künstliches Kontrakt den Menschen überzuhelfen. Und weil es klappt einfach nicht, weil es ist gegen die Natur, es ist gegen unsere eigenen Naturgesetze sozusagen. Und wie gesagt, bei mir gehe ich immer sehr von der persönlichen Ebene. Bei meinem, ja, nicht krampf will ich immer nicht sagen, sondern bei meinem Einsetzen fürs Grundeinkommen, also fürs Positive tun. Soll ich, ja? Ja, also ich glaube, da unterscheiden wir uns jetzt, da wäre ich viel bescheidener. Also als Weltprojekt, das halte ich realpolitisch für im Moment überhaupt nicht zu realisieren. Wenn es gehen sollte, wunderbar, aber ich weiß ja gar nicht, was die anderen wollen. Das fängt schon mit den Menschenrechten an. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Menschenrechte eine Vorgeschichte haben und eine kulturelle Entwicklung vorausgesetzt haben. Und die Menschenrechte, über die wir in Europa sprechen, das sind nicht die Menschenrechte, über die anderswo gesprochen wird. Das muss man vor Augen haben. Das ist nicht so selbstverständlich. Und dann ist immer die Frage, ob man Menschenrechte und Selbstbestimmung zusammendenkt. Die Politologin Ingeborg Maus hat dazu mal ein schönes Buch geschrieben zu der Frage, ob man, was eigentlich passiert, wenn man die Menschenrechte ablöst von der Selbstbestimmung. Dann werden sie nämlich imperialistisch. Weil sie dann jeden Schritt rechtfertigen können, wenn woanders unsere Menschenrechte verletzt werden, in einem Land einzumarschieren. Das ist eine ganz problematische Konstellation. Das macht es eben auch so schwierig. Also ich würde dann deswegen viel vorsichtiger sein, was das betrifft. Die Idee erkennt natürlich keine Grenzen. Das ist ganz klar. Also man kann das überall diskutieren. Und überall kann man sich das zu eigen machen. Das sehe ich auch so. Aber ich würde ganz konkret mich hier dafür einsetzen, wo ich lebe, wo ich den Eindruck habe, hier verstehe ich die Menschen. Wir haben hier eine mehr oder weniger gemeinsame Basis. Und wir leben in einer Ordnung, die wir teilen. So, und jetzt müssen wir darüber streiten, wie wollen wir darin leben. Und das war ja eigentlich der Anfangspunkt der Grundeinkommensdiskussion vor mehr als zehn Jahren. Also wir haben beispielsweise als Initiative damals, das war für uns ganz klar, dass man jetzt nicht weiter akademische Diskussionen führt. Das war in den 80er Jahren sehr akademisch. Sondern man muss das in die Öffentlichkeit bringen und gucken, gibt es noch andere, die das vielleicht auch interessant finden. Das war ja die Zeit als Verabschiedung der Harzgesetze und so weiter. Alles andere als günstig für so eine Grundeinkommensdiskussion. Und ganz überraschend war ja die Resonanz dann, das Interesse. Dass manche, das ist so, wie Sie das jetzt auch berichtet haben, das finde ich interessant, das Entdecken auf einmal. Man hätte vielleicht selbst nicht, wäre nicht auf die Idee gekommen, aber jetzt, wo man damit konfrontiert ist, auf einmal sieht man, aha, das könnte ein Weg sein. Das habe ich über die Jahre ganz oft erlebt. Auch durch die Korrespondenz, die wir gemacht haben mit unendlichen vielen Anfragen. Also die öffentliche Diskussion, und die hat auch viel bewegt, muss man sagen. Die hat viel bewegt. Die Diskussion ist heute viel sachlicher als vor zehn Jahren. Also vielmehr ein Abwägen. Was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Einwände gibt es. Vor zehn Jahren waren die Diskussionen schlicht beleidigend. Also unter der Gürtellinie. Das war unglaublich unvorstellbar eigentlich, was da abging. Und das ist heute in der Form ganz selten der Fall. Also ich habe das kaum noch erlebt. Es ist sehr sachlich. Und es geht letztlich immer um die Frage, ja, was gesteht man jetzt dem anderen eigentlich zu? Da scheiden sich sofort dann die Geister. Also, ich komme damit klar, aber Sie von den Piraten und dann Ihre hier Kollegen, na, da weiß ich nicht. Da merkt man, das ist praktisch eine richtig harte Mauer in der Diskussion. Aber die bewegt sich eben. Und die bewegt sich ja in alle Milieus hinein. Das ist ja interessant. Das öffnet und schließt Türen. Die öffentliche Debatte ist wichtig. Und öffentliche Debatte heißt ja erstmal diese Frage, ja, wie wollen wir denn zusammen leben? Was halten wir da für wichtig? Und nicht, welche Modelle wollen wir haben? Und dann müssen wir das nächste Jahr, wie Sie das beschrieben haben, Freundin Rätts, das Grundeinkommen ist ein Instrument für etwas. Das ist ja nicht selbst das Ziel. Das ist ein Mittel für etwas. Und das kann ganz viel in Bewegung setzen. Wie soll das aussehen? Wie großzügig soll das denn sein? Was wollen wir uns da zugestehen? Oder vorsichtig, kleinlich, lieber wenig, damit er bloß nicht auf dem Sessel sitzen bleibt. Das ist eine Grundfrage dabei. Und die öffentliche Diskussion hat da viel bewegt. Auf die würde ich weiterhin setzen. Alles andere wäre außerhalb dessen, was Demokratien erlauben eigentlich an Möglichkeiten. Ich stimme Ihnen jetzt erstmal zu, was die öffentliche Diskussion betrifft. Ich erinnere mich, 2012 war ich auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Europa, hatte also eigentlich gar nichts damit zu tun. und unser Bundestagspräsident, Herr Dr. Lammert, war da. Und der kam dann irgendwann auch auf mich zu sagen, Ehepiraten, damit ihr auch im Grundeinkommen. Das geht aber gar nicht. Das lässt sich überhaupt nicht bezahlen. Und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich glaube, wenn man heute nochmal nachfragen würde, wäre die Antwort wahrscheinlich eine andere, weil die Diskussion viel breiter gesehen ist und man sich da jetzt intensiv mit auseinandergesetzt hat. Gut, ich nehme jetzt nochmal zwei Sachen mit. Das ist einmal das Thema Vernetzung, glaube ich, was hier ganz wichtig ist. Das ist mir halt auch im Vorfeld dieser heutigen Diskussion entgegengekommen, wo man sagt, es gibt ganz viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Alle haben so ein bisschen einen anderen Zugang. Und ich habe auch schon gesagt, das, was ich jetzt gehört habe, gleitet sofort in so eine technische Diskussion ab. Also was passiert da mit der Mehrwertsteuer? Brauchen wir eine negative Einkommenssteuer? Und wenn wir da nicht einig sind, dann machen wir mit euch nicht mehr weiter. Und ich glaube, im Moment geht es so ein bisschen darum, zu gucken, welches Ziel haben wir denn eigentlich gemeinsam? Oder wo können wir zusammen das Thema breiter in die Öffentlichkeit tragen? Das war dieses Schaubild gerade. Einer rennt und der sagt, nee, du hast ein bisschen eine andere Meinung als ich, also will ich lieber nicht mit dir. Also ich glaube, ganz wichtiges Thema zu gucken, wie kriegen wir die Leute zusammen? Wer ist das überhaupt, wer sich mit dem Thema beschäftigt? Vielleicht auch im Moment hier in NRW. Und die zweite Frage, die ich jetzt mitnehme, das ist auch von Ihnen, ist das tatsächlich, Sie sprechen von Menschenrechten, Sie sprechen von der Welt, von der Bevölkerung. Ist es tatsächlich sinnvoll, in Deutschland zu sagen, wie in der Schweiz, wir machen das, oder muss man das tatsächlich global angehen? Aber ich glaube, wir machen jetzt nicht wieder eine andere Wortrunde. Ich würde jetzt erst mal gerne auch das Mikro in das Publikum geben. Die Geste nicht. Ja. Joachim. Ja, Britta, gerade aus Duisburg. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Frage stellen. Ja, um das, oder nicht Frage stellen, ich wollte sagen, meiner Meinung nach müssen wir viel schneller reagieren, weil der Arbeitsmarkt sich so rasant verändert in letzter Zeit. Also wenn man sieht, wie viele Arbeitsplätze inzwischen sind, wo Arbeitgeber sich quasi entledigen, der Verantwortung bezahlen, in Zimmerreinigung statt Stunden, Rec-Jobber, also Supermärkte werden eingeräumt, nur noch nach Regalen bezahlt, die Mitarbeiter. Da passiert im Moment etwas. Das heißt, der Arbeitgeber gibt quasi die Verantwortung, wie die Arbeit zustande kommt und die Entlohnung völlig ab und liegt das quasi beim Arbeitnehmer. Und die können sich kaum noch wehren. Insofern finde ich es, müssen wir viel, viel schneller diese Diskussion anregen, um da eine Lösung für die Menschen zu machen. Also die Gewerkschaft schafft nichts mehr und eigentlich müsste man mit denen zusammenarbeiten und das versuchen umzusetzen. Wie sehen Sie das? Also das Thema Gewerkschaften ist ganz einfach beantwortet. Wir reden beim Grundeinkommen auch immer über Machtfragen. Soziologen kennen das, Krise der Arbeitsgesellschaft, Darendorf 1982 in Bamberg. Krise der Arbeitsgesellschaft war das große Thema. Da sprach ich von diesen Herren der Arbeitsgesellschaft. Wenn in einer Gesellschaft im Zentrum die Lohn, sprichwort Erwerbsarbeit steht und alles sich drumherum gruppiert von Einkommen, Freizeit, Chancen, Status und was man alles so kennt. Und plötzlich wir einen weiten Arbeitsbegriff diskutieren, wir haben ihn gerade andiskutiert und plötzlich aus dem Zentrum die Existenzsicherung herausnehmen, verbreitern, nämlich auf eine Grundlage stellen, die ohne irgendwelche Bedingungen daherkommt, dann gibt es einen Machtverlust dieser Herren der Arbeitsgesellschaft. Das sind konkret Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbände. Punkt. Das heißt aber nicht, dass die Gewerkschaften nicht willens, sondern bereit sind darüber zu diskutieren. Man muss natürlich auch unterscheiden zwischen Basis und Funktionären. Das ist aber in jedem Verband so. Das ist bei Arbeitgeberverbänden genau das Gleiche. Parteien übrigens genau das Gleiche. Können Sie sich schon mal angucken, wer an der Spitze sitzt in der Partei und wie die Basis manchmal diskutiert. Das sind Welten dazwischen. Das ist, ich weiß nicht, ob das beim Piraten auch so ist, keine Ahnung, aber in den Parteien, die ich so kenne, ist dem so. Das ist aber nicht schlimm. Man muss die Leute einfach einbinden, man redet, Gewerkschafter sind ja genauso Menschen wie du und ich. Auch der ganz normale Unternehmer ist ein Mensch wie du und ich und dort mit dem muss man die Themen aufblättern. Und dann kommt das, was Sascha Liebermann auch sagte, hinter der vorgehaltenen Hand reden die auch anders. Also ich möchte mal meistens sein bei manchen Vorstandssitzungen von Gewerkschaftern, was die wirklich diskutieren. Das würde mich auch interessieren. Das darf uns gar nicht stören. Das ist halt so. Wir sind doch der Souverän, oder? Ja, nur jetzt direkt, was Sie beschrieben haben. Ja, man muss sich natürlich klar machen, warum das so ist und so möglich ist. Und der Druck der Jobcenter ist natürlich gewaltig. Das ist alles. Da hat man schon alles gesagt mit. Die Leute werden in den Arbeitsmarkt gedrängt. Und wer kann sich schon wehren? Natürlich sind es ja auch Rechtsansprüche, die man hat gegenüber dem Jobcenter. Es ist also nicht ein Almosen. Da haben wir auch, glaube ich, ein ungenügend klares Selbstverständnis, dass wir immer meinen, wir würden um was bitten. Wir bitten gar nicht. Es wird eine Rechtslage geprüft, ob man die Bedingungen erfüllt. Aber der Druck ist groß. Und der ist je größer, desto weniger man ausweichen kann. Also wenn wir das nicht mehr haben wollen, dann müssen wir diese Sozialpolitik beenden. Das geht aber nicht innerhalb des jetzigen Sicherungssystems. Weil Sanktionen und Bedingungen des Leistungsbezugs, die gehören zusammen. Die sind Geschwister. Die kann man nicht trennen. Wenn man die loshaben will, muss man sie beide entfernen. Also das ist der Punkt. Und das ist genau die Schwelle, die wir nehmen. Und das ist nicht so einfach. Die Diskussion gibt es ja nun schon lange. Und es haben sich ja alle Verbände, Parteien haben sich irgendwie geäußert dazu. Die FDP nicht. Die brauchen das nicht, hat man den Eindruck. Aber sonst haben sich alle sehr früh schon geäußert. An den ersten Jahren der Diskussion. Und es ist auch sehr bekannt, der Punkt. Das ist nicht mehr, die Frage ist, wann ist denn eigentlich die Leidensfähigkeit überschritten. Dass wir den Eindruck haben, das kann doch nicht wahr sein, dass wir so einen Irrsinn betreiben. Tja, kann ich ja auch nicht beantworten. Ich staune selbst. Aber wenn die, letztlich muss man sagen, wenn also wirklich die Bürger dieses Landes das so haben wollen, wie das ist, dann kommen wir natürlich auch mit so einem Vorschlag nicht weiter. Noch habe ich da die Hoffnung nicht aufgegeben, aber das ist ja eine Realität. Ja, schönen guten Abend. Ich habe drei Punkte als Fragen an die Diskutanten. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Joachim Paul, Hochschuleuropa und wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Hiesigen Landtag. Und ich habe vor nicht ganz einem Jahr in Dortmund einen kleinen Kongress veranstaltet zum Thema Ökonomie der Zukunft. Und wenn ich das hier sehe, finde ich, den sollte man hier wiederholen. Da ging es auch um diese anderen Aspekte, Automatisierung und so weiter. Erstens mal, ich verstehe das Rumgerätsel um die Motivation von Herrn Timotheus Höttges nicht. Ich sage mal ganz banal, als Advocatus Diaboli, der will einfach seine Lohnkosten senken. Die Telekom stellt keine Mitarbeiter mehr fest ein, sondern nur noch Honorarkräfte und muss ein ziemliches Honorar bezahlen, damit die ihr Leben fristen können. Und er möchte einfach die Last für das Unternehmen reduzieren. Ich sage das mal so provozierend. Der zweite Punkt ist der, wenn man über das BGE und bedingungslos redet und wir haben ein Recht drauf, Recht auf sichere wirtschaftliche Existenz, da kommt mir das manchmal so ein bisschen vor wie das Gequatsche von der Würde des Menschen, die ist ja auch nicht mit Leben erfüllt. Die klebt einem wie Hundescheiße am Hacken, wenn man reingetreten ist. Man kann trotzdem aber weiter ausgebeutet, vergewaltigt oder sonst was werden, sieht man ja überall auf der Welt. Von daher die Frage, wenn wir die Verteilungsfrage stellen und das BGE ist eine Verteilungsfrage und ich bin ein deutlicher Befürworter des BGE, das möchte ich dazu sagen, bevor hier jemand schießt, dann müssen wir auch über die Verteilung der gesamtgesellschaftlich relevanten Restarbeit sprechen. Und wenn ich dann abgestraft werde von der Partei, von der eigenen Fraktion, weil ich möchte, dass Stahlwerker bei vollem Lohnausgleich nur 30 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil das nämlich tierisch auf die Knochen geht und ich mir für die Chemiewerker dasselbe vorstelle, dann frage ich mich, wenn wir über eine Zuteilung oder Verteilung von Kaufkraft reden, müssen wir genauso über eine gerechte Verteilung von Arbeit reden. Und das stellt natürlich die Frage nach dem Arbeitsbegriff an sich. Ich bin bereit, den viel weiter zu fassen als Marx. Ist überhaupt kein Thema. Und wenn man dann die Frage stellt, wie hoch die Zuteilung sein soll, dann sagt der BGE-Theoretiker André Gorz, die Höhe entscheidet, ob es dem Individuum die Freiheit gewährt, tatsächlich nicht arbeiten gehen zu müssen. Und wir wissen, dass in Fünnland gerade ein neoliberales BGE in der Debatte ist, damit die Leute wieder motiviert werden, für niedrigere Gehälter arbeiten zu gehen. Das heißt also, das BGE soll nicht ganz reichen. In der Schweiz sieht es ein bisschen anders aus mit den 2500 Franken. Wenn ich dann aber höre, in Zürich ist die Armutsgrenze für eine Linienmutter mit einem Kind bei 4000 Franken, dann ist das auch ein neoliberales BGE. Das heißt, wir müssen tatsächlich diese Frage stellen. Und als positiven Effekt möchte ich noch in die Debatte bringen, wenn von den Leuten, die dann nicht mehr arbeiten gehen, sondern mit dem BGE sich zufrieden geben, um zu leben, die sind ja nicht tätigkeitslos. Die machen ja was. Und wenn von diesen Leuten nur ein oder meinetwegen fünf Prozent Ideen produzieren, die wiederum in der wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden können, haben wir eine Innovationsrendite, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Meine Frage an die Diskutanten, wie sehen Sie das? Und ich bitte vor allen Dingen noch um einen Kommentar zu Timotheus Höttges. Vielen Dank. Ich würde mich mal da kurz einklinken, weil ich eigentlich auch noch auf die andere Frage antworten wollte. Ich habe mir extra eine rosa-rote Brille angeschafft, um diese Gesellschaft besser ertragen zu können. Und ich würde sie gerne auch verschenken, verschicken und so weiter, aber mir fehlt dazu das Kapital. Und ja, wir haben vor kurzem jetzt gerade die BGE-Lobby-UG gegründet, richtig als Unternehmensgesellschaft, als ein Euro GmbH, als Mini-GmbH. Zwei junge Damen haben jeder einen Euro reingelegt und wie gesagt, haben wir die gegründet und haben dann sofort gesagt, dass die Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen dieser Firma kein Geld aus der Firma bekommen. Denn wir wollen ja mit dieser UG, mit dieser BGE-Lobby-UG, Gesellschaft zur Einführung des bedingungslosen Grundeinkommen, wollen wir das Grundeinkommen generieren. Und in dem Moment, wo wir anfangen, uns selber auch wieder aus diesem Topf Lohn zu zahlen, würden wir Entscheidungen treffen zum Erhalt dieses Konstruktes. Und das haben wir auch in den Gesellschaften und so weiter alles. Dort wären ja Entscheidungen zum Erhalt der Arbeitsplätze, die dort geschaffen wurden und so weiter. Es geht gar nicht mehr um das eigentliche Anliegen der Gewerkschaften. Und ansonsten kann ich immer nur wieder betonen eben halt, wenn man etwas ändern will und da würde ich jetzt da hinten ganz gerne darauf antworten, wenn du etwas verändern willst, geht die Veränderung immer nur von einem selber aus. Wenn man sich hinstellt und sagt, ja, die sollen doch machen, die sollen sich verändern und so weiter. Nein, ich muss einfach selber anfangen, ich muss damit dann anfangen zu leuchten sozusagen, ich muss damit andere motivieren, auch etwas anders zu machen. Ja, aber wenn ich mich nur immer hinstelle und sage, ja, ihr sollt etwas ändern, dann wird sich nichts ändern und mit diesen BGE-Modellen eben halt, die es auch so gibt, jetzt auch mit Finnland und so weiter, sie sind tolle Werbemaßnahmen, sie müssen sein, gesellschaftliche Debatte haben wir schon alles gesagt, aber alle Modelle, die den Menschen übergeholfen werden, also die nicht aus der Gesellschaft heraus wachsen, haben keinen Bestand. Ja, die werden wieder in sich zusammenbrechen, die werden sozusagen missbraucht für andere Zwecke und, und, und. Das wäre erstmal so meine Antwort. Jetzt haben Sie ja ziemlich viele Fragen gestellt, also ich möchte vielleicht nur ein oder zwei Punkte aufgreifen. Der Betrag, der in der Schweiz in der Diskussion ist, der stammt ja nicht von der Volksinitiative. Da geht es nur um eine Veränderung der Bundesverfassung. Der Betrag stammt von manchen der Initianten, aber nur als Beispiel, weil die ja ausdrücklich sagen, das entscheiden sie nicht. Das ist ein Diskussionsanstoß und das muss sich dann finden. Und man muss vorsichtig sein, wenn man so hoch rechnet. Das ist, ich finde, die Rechenfalle. Jetzt haben Sie ganz schnell so nebenbei gesagt, also Zürich, Alleinherzienung bei meinem Kind, 4000 braucht man, die Diskutieren über 2500. So, jetzt haben Sie eine Sache nicht gesagt, Grundeinkommen, Individualprinzip. Heute reden wir immer über Haushaltsleistungen. Wenn also das so wäre, dass in der Schweiz, das Grundeinkommen wegen mir 2500 Franken hätte für Erwachsene und 2000 für Kinder, ja, dann hätten Sie genau diese Grenze schon überschritten. Also die Ausgestaltung. Und eine Lanze möchte ich brechen, obwohl ich selbst das von GORTS vollkommen teile, das ist natürlich klar, dass mit der Höhe die Möglichkeiten wachsen. Das sehe ich auch so. Der Verzicht auf Erwerbstätigkeit ist natürlich nur möglich, wenn Sie von so einem Grundeinkommen auch leben könnten. Das stellt sich für alleinstehende Personen allerdings ganz anders dar, als wenn Sie in einem Haushalt sind, weil die ja kumulieren, die Grundeinkommen. Da ist das viel schneller möglich, sogar bei einem niedrigeren Betrag. Wenn Sie das, was jetzt der Thomas Schrauper wieder mal geäußert hat in Interviews, den heutigen Grundfreibetrag einer Einkommenssteuer nehmen, setzen den individuell an und lassen sich den kumulieren in einem Haushalt, dann ist der für eine Einzelperson zu wenig, aber nicht für einen Haushalt von vier Personen. Und das ist interessant, das muss man unterscheiden. Also es kann sein, dass schon mit einem niedrigeren Betrag etwas in Bewegung kommt. Das muss ja gar nicht das Ende sein, aber das bewegt etwas. 800 Euro oder 750 Euro in der Tasche zu haben im Monat oder nicht, ohne sich erklären zu müssen, das ist ein ziemlich weiterer Unterschied zu dem, was wir heute haben. Also selbst ein Betrag, den wir jetzt für zu niedrig erklären, der kann sehr viel bewegen. Also da ist Dynamik drin. Und es ist nicht absehbar, was dann daraus folgt. Ich würde das nicht verdammen zu früh, sondern sagen, ja, wenn die Leute das wollen, ist das immerhin ein Schritt. Die müssen das ja tragen. Also eröffnet das was. Die entscheidende Hürde ist das mit der Bedingungslosigkeit. Das ist eigentlich die schwierigste Hürde. Und wenn das möglich ist, die erstmal mit so einem Betrag zu nehmen, macht das die Tür auf für anderes. Das würde ich deswegen nicht abtonen. Das ist eine Chance. Aber mal sehen, man weiß ja nicht, was in der Schweiz passiert. Also beides. Höhe und Bedingungslosigkeit. Und ich bin Vertreter der Höhe, der sagt schlicht und ergreifend, das ist der emanzipatorische Springpunkt. Und wenn der nicht erreicht ist, geht das Ding auch nach hinten los. Und es gibt ja auch, wenn Sie auf der Netzwerkseite, unserem Netzwerksgrundeinkommen, die verschiedenen Modelle einfach anschauen, sehen Sie genau, aus welcher politischen Couleur Vorschläge für sogenannte partielle Grundeinkommen kommen? Also niedrig 600 Euro, 700 Euro etc. bis 800 Euro. Und aus welcher politischen Ecke höhere Grundeinkommen kommen? 1000 Euro, 1080, was da nicht alles so gibt, sich denn ergreifen. Und das Argument mit dem Haushalt, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil das nämlich dann voraussetzt, dass dann doch wieder eine Bedingung eingebaut wird. Ich muss dann in den Haushalt mit einer Familie ziehen, um halbwegs abgesichert zu sein. Und deswegen bin ich strikt, weil das vierte Kriterium individuell garantiert auch heißt, gegen solche Berechnungen, die auf Haushaltsbasis aussehen, natürlich. Ich könnte dann sagen, wenn sich dann Leute zusammentun, haben sie sozusagen Gewinne, Synergieeffekte. Aber das soll bitte schön ihre freie Wahl bleiben und nicht über einen ökonomischen Zwang hergestellt werden. Sagen, du kriegst nur 600 und du kommst aber besser, wenn du dich mit jemandem zusammentust. Hallo? Dann haben wir eine bürgerliche... Okay, gut. Dann haben wir aber eine bürgerliche Ehe, wie wir sie eigentlich nicht gerade haben wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bedingungslosigkeit ist ganz klar, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Es darf keine Bedingung geben, was die Zuwendung betrifft, aber die Höhe ist der eigentliche emanzipatorische Springpunkt. Und da kann man genau schauen, wer, was, welche Absicht mit dem Grundeinkommen verfolgt und was nicht. Sie bekommen das. Ich möchte aber ja wieder mal nicht... Also, das finde ich jetzt eine typische Scheindiskussion. Also, ich habe ja nicht gesagt, dass Leute in Haushalte ziehen müssen, sondern ich habe gesagt, wenn auch bei so einem Betrag, der unter diesem Auskömmlichen liegt, hat das den Effekt, dass Haushalte anders dastehen als Einzelpersonen. Und wenn Sie sich die Verteilung der Bevölkerung anschauen, nehmen Haushalte, weil es Familien sind, ein großes Gewicht ein. Von heute auf morgen umgedacht, würde das zum Beispiel Familien sofort die Situation verbessern. Einzelpersonen sind, wenn sie nicht irgendwelche Sonderbedarfe haben, sondern gesund sind, natürlich auch viel beweglicher als Familien. Das heißt ja nicht, dass ich für niedrigen Betrag plädiere. Das müssen Sie mir nicht unterschieben. Sie wissen genau, was ich vertrete. Sondern ich will nur, dass man das nicht unterschätzt. Dass man nicht unterschätzt, dass auch ein solcher Betrag sehr viel bewegen kann. Und wie das ausgeht nachher, das entscheiden doch nicht wir auf dem Podium, weil wir gute Argumente haben, sondern das entscheiden die Leute, was sie haben wollen. Ob Sie das emanzipatorisch nennen oder nicht, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, was wollen die Leute haben? Und welche Effekte hat das dann? Im Verhältnis zu heute ist jeder Betrag natürlich, wenn er jetzt nicht bei 200 Euro liegt, also sowas, das ist ja lächerlich, ein Betrag auf der Höhe des Grundfreibetrags natürlich ein Schritt nach vorne. Heißt nicht, dass man da bleibt. Wer da bleiben will, bleibt da. Wer nicht, muss weitergehen. Ja, weil ich ausdrücklich aufgefordert worden war, ein Kommentar zu Höttges. Ja, mag sein, dass das ein Teil des Unternehmensinteresses und auch des Interesses der konkreten Person ist. Trotzdem bleibt erstaunlich, dass er sagt, er will das Grundeinkommen aus den Gewinnen der Unternehmen finanzieren. Wenn da auch Vorschläge sind, zum Beispiel eben der von Götz Werner, das Grundeinkommen ausdrücklich nicht aus den Gewinnen der Unternehmen zu finanzieren. Das bleibt der Punkt, der mich gewundert hat. Ansonsten kann ich da vielem folgen. Wo ich nicht folgen kann, ist, dass man eine Zuteilung von Erwerbsarbeitszeit machen muss und eine lange Debatte um die gerechte Verteilung der Erwerbsarbeitszeit machen muss, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Solange man das nicht hat, ist die Frage der Arbeitszeit, auch der gesellschaftlichen, der erlaubten Höchstarbeitszeit, der regelmäßigen Wochenarbeitszeit, von Arbeitszeitkonten und Jahresarbeitszeit, sind das alles wichtige Fragen. Wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, hat jede Person die Möglichkeit, individuell ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Und das geschieht auch. Also der beste Weg, um zu Arbeitszeitverkürzungen zu kommen und der schnellste Weg, um zu Arbeitszeitverkürzungen im gesellschaftlichen Durchschnitt zu kommen, ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also da muss man schon den Zusammenhang dann auch sehen. Ich bin auch nicht ganz einverstanden zu der Frage, um das ganz abzuarbeiten. Da war noch der Punkt mit der Produktivitätsdividende, die dabei rauskommt, ja selbstverständlich. Selbstverständlich. In dem Augenblick, wo man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, haben die Leute die Möglichkeit, die Dinge zu tun, die sie besonders gut können und besonders gerne mögen. Und die werden sie produktiver und kreativer und erfolgreicher tun als die Dinge, die sie nicht gerne mögen. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich wird ein bedingungsloses Grundeinkommen einen Schub von Produktivität auslösen und von Kreativität. Ob das eine Produktivität an den Punkten ist, die wir heute gesellschaftlich für vorrangig halten, das ist eine ganz andere Frage. Also in welche Bereiche das fließt, kann man nicht sagen. Aber dass es eine größere Produktivität geben wird, das steht fest. Was ich noch anmerken will, den anderen Punkt schenke ich mir, was ich noch einfach kurz erzählen will, ist eine Geschichte, die ich immer wieder in meinen Vorträgen erzähle, die so real passiert ist. IG Metall, Bundesbildungsstätte in Sprockhövel, 24 Betriebsratskollegen von VW, also ganz genau gesagt 22 Kollegen und zwei Kolleginnen und ich hatte die Möglichkeit, zehn Jahre her, mehr als zehn Jahre, mit denen einen ganzen Tag zum Thema Grundeinkommen zu arbeiten. Um die nicht morgens früh schon zu verschrecken, habe ich nicht von Grundeinkommen gesprochen, sondern gesagt, stellt euch vor, ihr habt im Lotto gewonnen, eine Rente, lebenslang, Inflationsausgeglichen, ab heute steht ja dein ganzes Leben, jeden Monat, die Kaufkraft von heute 1.000 Euro zur Verfügung. Was würdest du in deinem Leben ändern? Schreib mal bitte einen Punkt auf eine Karte. Und es ist kein Zufall, dass ich eine Karte zurückbekam, auf der stand, ich würde mich scheiden lassen. Hätte ich gefragt, was änderst du in deinem Leben, wenn du 400 Euro kriegst, hätte ich diese Antwort nicht bekommen. Die Höhe entscheidet dazu, ob ich zu Zumutungen Nein sagen kann, an denen ich mich nicht freiwillig stellen will. Ja, ganz herzlichen Dank. Das stützt ja meine Erzählung aus den USA. Also große gesellschaftliche Schwierigkeiten kommen auf uns zu. Das sehe ich kommen. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Bitteschön. Ja, ich wollte noch mal gerne auf das Thema zurückkommen. Wir sind ja hier bei einer Veranstaltung der Piratenpartei. Es ist ja eine BGE-Themenworte, die lautet Grundeinkommen und die Industrie von morgen. Und ich darf mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Gernot Reipen. Ich bin Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen und auch Themenbeauftragter der Piratenpartei für Sozialpolitik. Und meine Frage geht an die Runde, aber zuerst auch noch mal an Herrn Liebermann. Herr Liebermann betreibt einen Blog und er hat auch diese BGE-Themenwoche angekündigt, was ich sehr schön fand. Und er hat natürlich auch diese kleine Kritik geäußert, die er eben am Rande schon vorgestellt hat. Nämlich, er sagt ja, wenn wir das BGE abhängig machen von der Arbeitswelt und die Arbeitswelt verändert sich, dann wäre ja das BGE eventuell wieder obsolet. Also würde dann nicht mehr funktionieren oder braucht man nicht umzusetzen. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe sehr intensiv mit dieser Themenwoche beschäftigt und uns ist aufgefallen, dass wir ja eigentlich in der menschlichen Geschichte auch eine Art Evolution vollziehen. Wir leben ja nicht mehr als Ackerbauer und Viehzüchter. Wir haben vier industrielle Revolutionen durchlebt und bei jeder dieser industriellen Revolutionen hat es für die Menschheit bestimmte Vorteile gegeben, die wir heute nicht mehr missen würden, die wir auch gar nicht mehr abschaffen würden. Zum Beispiel die Fortzahlung im Krankheitsfall, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Das sind ja alles Elemente, die nur dadurch zustande gekommen sind, weil sich die Lebensbedingungen innerhalb einer industriellen Gesellschaft verändert hat. und wir sind der Überzeugung und deswegen jetzt die Frage an die Runde, wir sind nämlich der Überzeugung in unserer Arbeitsgruppe, dass das Grundeinkommen der nächste Schritt in unserer kulturellen gesellschaftlichen Evolution darstellt. Es ist genauso ein Schritt wie damals das allgemeine Wahlrecht, wie die Emanzipation, auch die Emanzipation musste erstritten, erkämpft werden. Ich kann mich erinnern, dass um die Jahrhundertwende um 1900, wenn Frauen studieren wollten, dass sie noch beim Professor vorstellen mussten und der musste dann noch begutachten, ob sie geeignet ist. Aber das ist heute alles Gang und Gebe, da diskutieren wir nicht mehr darüber. Und ich wollte die Runde darauf nochmal zurückführen. Glauben Sie auch, dass das, was wir jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen fordern, dass das eigentlich die nächste Hürde, der nächste Schritt ist in unserer gesellschaftlichen Evolution. Warum bin jetzt ich ausgedrücklich angesprochen? Achso, ja, aber das widerspricht jetzt gar nicht dem anderen, was Sie gesagt haben. Also das Argument, auf das ich beziehen, das habe ich ja vorhin schon mal genannt, das geht nur darum, dass man das miteinander verkoppelt als Notwendigkeit. Das ist in der Diskussion über Digitalisierung sehr häufig. Und wenn man das miteinander verkoppelt, das eine reagiert auf das andere gewissermaßen, dann müssen Sie, wenn der Grund für das eine weg ist, das andere auch beseitigen. So, die Gefahr würde dann bestehen, weil man es nur als eine Reaktion betrachtet, das Grundeinkommen. Davon würde ich ganz ablösen. Das andere, was Sie gesagt haben, ja, das ist interessant, was da passiert. Ich sehe das auch so. Was da genau mit der Digitalisierung auf uns zukommt, das weiß ja keiner so genau. Es bietet viele Möglichkeiten, teils durchaus Schreckenszenarien, also der Technokratismus, der darin auch verborgen ist, die Technikgläubigkeit, was die nicht alles leisten kann, die Seite hat das ja auch, aber es gibt viele Möglichkeiten. Für mich ist das Grundeinkommen aber gar nicht deswegen so drängend, sondern für mich ist ganz klar, wenn man sich die Demokratien anschaut, westlichen Charakters, dann ist das Grundeinkommen in seiner Bedingungslosigkeit darin angelegt. Sie müssen nur das, was Herr Blaschke mit dem Souverän meinte, mal weiterdenken, diese Stellung haben doch die Staatsbürger im Gemeinwesen in einer bedingungslosen Form. Diese Rechte werden ihnen nicht genommen, die können ihnen nicht genommen werden. Das macht die westliche Demokratie aus. Wenn Sie jetzt sich fragen, was braucht man dann für einen Sozialstaat, damit er dem gemäß ist, dann brauchen Sie einen, der genau diese Sicherung der Existenz unabhängig davon macht, was das Einkommen betrifft, dass jemand etwas tut. Dann muss es dieselbe Bedingungslosigkeit sein, die in den Demokratien der Urgrund ist, gewissermaßen. Also ist das Grundeinkommen schlicht eine Fortentwicklung von der Seite. Ob Digitalisierung oder nicht, spielt im Grunde keine Rolle. Die kann nur Wasser auf die Mühlen noch sein, oder auch nicht. Aber von der Demokratie aus gedacht, das steht vor der Tür, wir leben in einem Widerspruch, was das betrifft. Auf der einen Seite sagen wir, Grundgesetz, souverän, alle Macht geht vom Volke aus, aber nur wenn ihr erwerbstätig seid. Um das mal polemisch zuzuspitzen. Wir denken erwerbstätigen Gesellschaft, aber der politische Rahmen, das ist keine erwerbstätigen Gesellschaft. Die Rechte, die wir da haben, die sind nicht abhängig von Leistung. In dem Widerspruch leben wir und den muss eigentlich nur mal bemerkt werden. Und dann im Sinne von, ist das eigentlich richtig, dass wir das so noch machen? Also diese Frage, warum halten die Leute so fest an der Vorstellung, man muss erwerbstätig sein, damit man was leistet. Wobei doch die größten Leistungen heute schon, also wenn man das mal versucht zu quantifizieren, jenseits davon erbracht werden. Als Vorleistung, das ist ja auch kalter Kaffee eigentlich, diese Diskussion über Haushaltstätigkeiten, die sind viel umfangreicher auch als Ehrenamt. Also Fortentwicklung der Demokratie ist das. Das ist praktisch drängend. Das hat nämlich was mit der Glaubwürdigkeit der Demokratie zu tun. Und wir erleben ja gerade, wenn wir jetzt mal die Flüchtlingssituation hier als Beispiel nehmen, wie unsouverän wir sind. Wir wissen eigentlich nicht, was wir wollen. Das merkt man doch da ganz deutlich. Stur wird festgehalten an einem Programm, wie kürzlich wieder von der Bundeskanzlerin, statt mal zu sehen, was bewegt denn die Leute eigentlich. Das muss man doch ernst nehmen. Sorgen sollte man ernst nehmen. Sonst gräbt eine Demokratie sich das Wasser ab. Und da gehört das Grundeinkommen auch dazu. Und das würde ja die Situation heute erheblich verändern. Schon, wenn man sich das mal vorstellt. Die ganzen Leute, die da ehrenamtlich helfen. In den kleinen Gemeinden, auf dem Land ist das viel sichtbarer als in der Stadt. Wie stark das ist, Kindergärten belegt werden, mit Flüchtlingen, Turnhallen, mit Flüchtlingen belegt sind, die sehen sie immer in den kleinen Ortschaften. In der Stadt gehen die unter. Da kann man meinen, ja gut, sind das doch nicht so viele. Doch, doch, es sind viele. Und die Leute machen viel. Aber ohne Grundeinkommen. Mit Grundeinkommen wäre das einfacher und wir würden anders drüber denken. Also ich selber sage immer auch immer, mit dem Grundeinkommen würden die Flüchtlinge gar nicht herkommen, wenn wir das global denken würden. Und in der Debatte, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die noch nicht so vom Grundeinkommen überhaupt etwas wissen und so weiter, habe ich immer das Problem, dass sie sehr schwarz denken. Sie sehen nicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück und sehen nicht diese positive Entwicklung, die sie auch geschildert haben, sondern irgendwo ist ja irgendwo alles und ich weiß nicht und es wird ja immer schlimmer. Also es ist klar, wir werden im Moment einen Schritt wieder zurück machen. Wir sind in einer dunklen Zeit, aber aus dieser werden wir mit Sicherheit wieder zwei Schritte nach vorne gehen und da ist irgendwo das Grundeinkommen damit sozusagen umgesetzt wird, ist eigentlich ganz klar. Meine Angst nur ist eine ganz große, ich habe Angst, dass es wieder eine Revolution geben wird, also dass jetzt hinläuft wieder auf diese ganze Kriegstreiberei und so weiter, wenn ich das sehe, dass an so einem Haltestellenschild eine Werbung ist von der Bundeswehr, die dafür wirbt, kommt zu uns, kannst du hier schöne Abenteuer haben und so weiter, grauenvoll, also diese Rückwärtsentwicklung eben halt. Und da ist für mich dieses Grundeinkommen, diese positive Energie, die da drinnen steckt, für mich die ganz logische Konsequenz als das Nächste, was kommt. Frage ist nur, wird es vorher eine Gewalt, eine gewaltsame Auseinandersetzung oder schaffen wir die Wende? Ganz kurz, weil ich ja auch aus der Gurt'schen Ecke komme, ich bin also ein Anhänger von André Gurtz und finde ihn als einen wichtigen Vordenker für das Thema Grundeinkommen, der machte schöne Gedankenspiele mit der Automatisierung, nicht Digitalisierung, bei ihm war das eher Automatisierung in den 90er Jahren, der sagte, stellen wir uns einfach mal so eine Gesellschaft vor, was ein Gedankenspiel ist, ganz klar, alles wird von Automaten produziert, alles geht gar nicht, da sind wir uns alle einig, es ist ja auch Unsinn, Menschen mit einem Automaten zu produzieren, da möchte ich schon die Sorgen eines Menschen neben mir haben, das ist ganz klar, aber dieses Gedankenspiel, wir würden trotzdem, wir hätten alles da, alles was wir bräuchten, vom Kühlschrank bis zur Banane das sogenannte Paradiesparadox von Basile Lyon der einfach damit begründet, und jetzt wird das Interessante für mich bei der ganzen Debatte über die Automatisierung, der damit begründet, dass wir eine ganz andere Form von Distribution denken müssen. Wir können sie nicht mehr über die Arbeitsleistung des Menschen her definieren und dann sagen, du hast so viel geleistet, bekommst du das, denn wenn das die Maschinen machen, ist ja die Leistung erbracht über Maschinen, ich habe nur noch die Aufgabe, diese Produkte, die da hergestellt werden, so zu verteilen, dass jeder gut leben kann. Das ist das Paradiesparadoxon, das heißt, ich entkopple quasi die Distribution ein Stück weit von der Produktionsebene, das ist der eine Zugang, der mich reizt, über das Thema Automatisierung nachzudenken, und das andere Thema ist, dass in einer automatisierten Gesellschaft de facto eine wirklich hochgradig vernetzte kollektive Wissensgesellschaft entsteht, weil das Produkt Einzel ist nicht mit einem einzelnen Menschen zurechenbar, sondern durch eine weltweit verknüpfte Community, die Produkte entwickelt. Kreativ, gemeinsam, neue Designs entwirft, neue Technologien entdeckt und so weiter, das sind kollektive Leistungen. Auch von dieser Seite her betrachtet, ist die individuelle Zuschreibung dessen, was ich geleistet habe, überhaupt nicht mehr möglich. da kommen da kommen Leute wie Michael Hart und Antony Negri in die Debatte hinein und sagen, das ist gar nicht mehr machbar, mit der klassischen Wert- und Arbeitszeit- oder Wertschöpfungstheorie zu erklären, wie Menschen Leistung erbringen, wonach sie eigentlich bezahlt werden sollen. Das sind für mich eigentlich die über das platte Thema, sagen wir haben jetzt Digitalisierung und uns gehen die Arbeitsplätze aus, ein Stück weit theoretisch darüber hinaus gedacht und dort denke ich, dort kann man anknüpfen, ohne, und da sind wir uns wahrscheinlich schon fast alle einig, das miteinander zwingend zu verknüpfen und sagen, weil das so ist, müssen wir das so machen. Nein, das beschleunigt die Debatte, weil es gibt andere gute Gründe, das auch ohne diese Debatte zu führen, in Richtung Grundeinkommen, wir hatten ja mehrere Argumente genannt. Ich würde nochmal Paradiesparadox an, demokratische Distribution andenken, ohne Leistungszuschreibungsmöglichkeit und einfach zu sagen, ist überhaupt individuelle Leistungszuschreibung noch möglich in unserer heutigen Welt? Das sind für mich die entscheidenden Punkte bei dem Thema Automatisierung. Ja, da glaube ich, kommen ein paar Dinge zusammen, also Sascha Liebermann hat darauf hingewiesen und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass ein erheblicher Teil der gesellschaftlich notwendigen Dinge außerhalb der Erwerbsarbeitszeit getan werden. Ein erheblicher Teil der gesellschaftlichen Produktivität findet nicht in der Erwerbsarbeit statt. Ronald hat darauf hingewiesen, dass die individuelle Zuordnung einer produktiven Leistung bei ganz vielen Produkten und Tätigkeiten überhaupt nicht mehr funktioniert. Das ist ganz sicher richtig, das ist aber nur ein Punkt an dieser Stelle, der andere ist ja, dass ganz viele Menschen aufgrund der konkreten Bedingungen am Arbeitsmarkt zumindest heute mag sein, dass sich das irgendwann nochmal ändert, ist im Augenblick aber nicht absehbar, zumindest heute befinden sich ganz viele Menschen am Arbeitsmarkt in der Situation, wo sie eine Leistung, die sie dort gerne produktiv erbringen würden, gar nicht erbringen können, weil die Bedingungen das nicht zulassen. Also Menschen durch eine gesellschaftlich organisierte Gewaltstruktur daran gehindert werden, zu einer bestimmten Produktivität einen Zugang zu bekommen, eine bestimmte Produktivität leisten zu dürfen. Also es gibt auf dieser Ebene ganz viele Ebenen, die zeigen, dass eine Verbindung individueller Leistung mit der Idee des Einkommens überhaupt nicht funktioniert. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen überhaupt nicht funktioniert. ohne jetzt aus diesen Analysen des Arbeitsmarktes die Folgerung zu ziehen und deshalb brauchen wir ein Grundeinkommen, führt trotzdem diese Gesicht, diese Gesamtsicht auf die ökonomische Situation des Arbeitens dazu, dass man die Einsicht haben muss, soziale Sicherheit kann nicht von diesen Arbeitsverhältnissen abhängig gemacht werden. Soziale Sicherheit muss etwas sein, das gesellschaftlich organisiert wird und nicht durch die individuelle Stellung in den Arbeitsverhältnissen. Das war immer schon eine sonderbare Idee, die soziale Sicherheit an die Arbeitsverhältnisse zu knüpfen und es war immer auch eine Idee, auf die nur ein bestimmter Teil der Menschheit kommen konnte. Das gestehen wir uns ja nicht wirklich ein. Gernot hat es angedeutet, als er über die Hochschulen gesprochen hat, tatsächlich war es in der BRD, also im alten BRD so, dass 1973 das Gesetz abgeschafft worden ist, dass bei verheirateten Frauen vorsahen, dass der Ehemann den Arbeitsvertrag unterschreibt. 1973 bis dahin konnten verheiratete Frauen nur arbeiten, rechtlich, das wurde oft nicht eingehalten, aber rechtlich nur arbeiten, wenn der Ehemann zustimmt. Also dieser Sozialstaat, der alle Menschen aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit abgesichert hat, war immer nur ein Sozialstaat für weiße Männer, für weiße, mitteleuropäische und nordamerikanische Männer, für sonst niemanden auf der ganzen Welt. Das muss man sich einfach bewusst machen, dass das immer schon eine Fiktion war, dass aus der Stellung im Erwerbsarbeitsprozess soziale Sicherheit für alle entstehen kann. Soziale Sicherheit für alle kann man nur gesellschaftlich organisieren und natürlich stimme ich lieber mal vollkommen und einschränkungslos zu, man kann sie nur organisieren als wirtschaftsbürgerliches Grundrecht. So wie es ein staatsbürgerliches Grundrecht ist, zu wählen, ist es ein wirtschaftsbürgerliches Grundrecht, versorgt zu sein. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, was man tut oder lässt. Auch das Wahlrecht ist nicht davon abhängig, ob man klug oder dumm ist in politischen Fragen. Man würde sich das manchmal wünschen, aber das was anderes ist. Da stimme ich Ihnen zu. So, gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Karl-Heinz Drach. Ich bin Mitglied der Piratenpartei und wenn ich die Diskussion so richtig verfolgt habe, wird ja Arbeit und Einkommen oder Einkommen und Arbeit immer wieder verknüpft. Dabei vergessen wir eigentlich ganz, dass es ja schon Milliarden Einkommen gibt. die ohne Arbeit erzielt werden. Ich denke da an die Erbengesellschaft, aber ich denke auch an die Zinsen, die man erwirtschaftet durch Anlegen von Geld und ich habe noch nie einen Bankdirektor gehört, der gesagt hat, die Zinsen kriegst du aber nur, wenn du mir auch die Schalterhalle kehrst. also es gibt Einkommen ohne Arbeit, das ist kein Grundeinkommen, das will ich damit deutlich sagen. Ja, das ist so eine Sache mit den Einkommen ohne Arbeit, weil sie müssen die, die erben, haben das ja auch irgendwo her, das kommt ja woher, die kriegen das in Form eines Sonderstatus dann zwar vermacht, aber was machen die denn in der Folge interessanterweise? Entweder versuchen die das dann unternehmerisch einzusetzen oder sie gründen Stiftungen oder versuchen sich irgendwie sozial zu engagieren um das weiterzugeben und nicht um Grundeinkommen zu schaffen. Also man merkt, dass diese Norm da fortwirkt in der Vorstellung, auch wenn sie es geerbt haben, trotzdem. Dass etwas Sinnvolles machen heißt, etwas zu machen, was auch etwas bewirkt, Arbeitsfähigkeit erzeugen oder so etwas. Also diese Verknüpfung ist eben schon sehr stark, die ist nicht immer mechanisch miteinander gleich zu erkennen, aber auf die lange Sicht. Ich würde vorhin dieser Punkt mit dem Leistungslohn, diese Idee, also ich glaube nicht, dass die erst jetzt in kürzerer Zeit durch die Arbeitsteilung eigentlich der Sache unangemessen ist, die war schon immer unangemessen historisch, weil sie nutzen ja immer Wissen, das sie nicht selbst hervorgebracht haben, Werkzeuge, die sie nicht selbst erzeugt haben, die Bewirtschaftung von Boden im Sinne eines traditionellen Wissens in der Landwirtschaft, das ist ja weitergegeben worden. Eigentlich ist das immer in irgendeiner Form Gemeingut. Der es dann anwendet, den mag man dann sehen auf dem Acker da wie er die Ecke schiebt und so weiter, aber der nutzt ja etwas, der stellt das auch nicht alles her, also im Grunde war das nie so, dass man diese Leistung zurechnen konnte, selbst bei ganz einfachen Tätigkeiten nicht, nehmen Sie mal so Akkordtätigkeiten, weil dann arbeiten Sie an einem Band, da wird Ort, das war eigentlich immer eine Illusion. Löhne sind im Grunde eine ganz willkürliche Vereinbarung. Das ist ganz willkürlich, es hat überhaupt nichts mit Leistungszurechnung zu tun. Das muss man ganz deutlich sagen. War immer eigentlich eine Illusion. Heute vielleicht umso mehr deswegen. Ich habe hier was liegen, das nehme ich mal als Statement aus dem Publikum, das würde ich jetzt gerne mal eben kurz vorlesen. Über das bedingungslose Grundeinkommen habe ich auf einer Internetseite freiwillig frei das erste Mal vor sieben Jahren gelesen und gehört. Im Philosophieunterricht haben wir das Thema auch kurz angesprochen. An sich finde ich das bedingungslose Grundeinkommen richtig, weil man so die Möglichkeit hat, ein paar Monate oder Jahre nicht zu arbeiten. Diese Zeit kann man in die Aufklärung und Weiterbildung investieren, denn wir müssen bedenken, dass nicht jedes Kind aus einer gebildeten Familie kommt. Mein Vorschlag ist, das bedingungslose Grundeinkommen nicht in Form von Geld zu vergeben, sondern in Form von kostenlosen Gutscheinen für Essen, Trinken, Bücherei, Kino, Theater, Oper, Museum, Musik, Schreibwaren und so weiter. Das bedingungslose Grundeinkommen sollte bis zum 25. Lebensjahr eine Pflicht sein für jedes Kind, denn es gibt reiche Eltern, die ihren Kindern, es gibt nicht nur reiche Eltern, die ihren Kindern Geld geben können. Ob das Kind die kostenlose Fahrt bis zum 25. Lebensjahr sinnvoll nutzt, können wir leider nicht kontrollieren. Vielleicht ist es auch gut so, denn es gibt so viele Meinungen, so viele Kulturen, es gibt und da Deutschland ein multikulturelles Land geworden ist, in dem viele Religionen staatlich anerkannt sind, sollte jeder genug Zeit haben, um sich über jede Kultur zu informieren. Die Frage dahinter ist, braucht es wirklich Geld, können wir nicht Gutscheine verteilen, können wir nicht sagen, alles ist kostenlos, kostenlos Kino, kostenlos Schule, kostenlos Lebensmittel, das ist gerade schon mal hier eingegangen und die zweite Frage, die ich da so ein bisschen hinterlese, ist bis zum 25. Lebensjahr, also brauchen wir nicht, wenn es schon kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, brauchen wir nicht zumindest eine Kindergrundsicherung, um da den ersten Weg zu gehen? Also Gutscheine haben einen freiheitseinschränkenden Charakter, wenn ich für zehn Butter, ein Stück Butter einen Gutschein bekomme, ich aber nur fünf haben will, dafür fünf Kästen Bier mehr haben will, habe ich ein Problem, schlicht und ergreifend. Dann würde ich schon mit Peter Kropotkin, alten russischen Arnachisten halten, nehmen zu viel als ihr bedürft, das Zeug liegt einfach rum. Dann kann jeder das nehmen, was er für richtig hält, Bier oder Butter. Also Gutscheine haben ein bisschen ein freiheitseinschränkendes Hinterfeld sozusagen. Aber die Grundidee, die andere ist ja sozusagen, dass es Infrastrukturen, Angebote, Kulturangebote, öffentlichen Nahverkehr, das ganze Zeug, Internet und was man alles so kennt, kostenfrei anbieten kann, weil das sind Essentials, die jeder mehr oder weniger nutzt. Punkt. Beim ÖPNV ist schon ein bisschen Druck dahinter, zu sagen, steigt doch lieber von dem Auto, was ökologisch sinnvoll ist, eventuell auf dem ÖPNV, das kann man noch diskutieren. Aber Gutscheine an sich haben immer einen freiheitseinschränkenden Charakter, dann lieber ganze Öffentlichkeiten ganz umsonst. Oder meinetwegen einen ganzen Aldi umsonst. Ich bin sicher, es funktioniert auch irgendwann. Weil ich kenne das aus bestimmten Zeiten, die Debatte, dann nimmt er ja eher nur fünf Stücken Butter, dann sagt er, das macht er die erste Woche, die zweite nicht mehr. Dann nimmt er nur das Stück Butter, was er wirklich braucht. Also da sollen wir den Menschen einfach auch mal vertrauen, dass sie nicht so doof sind wie andere, der Meinung sind, wie doof sie sein könnten oder so, keine Ahnung. Abgesehen davon, stimmt was du sagst, Ronald, aber abgesehen davon sind Gutscheine natürlich auch Geld. Sind überhaupt nichts anderes als Geld, nur mit dem Unterschied, dass du nur bestimmte Dinge da verkaufen kannst, wenn für Geld kannst du alles kaufen. Aber ansonsten ist es genau dasselbe wie Geld. Also das ist kein Unterschied. Das führt uns an der Stelle nicht weiter. Wir diskutieren in der Tat, das hatte ich in der Vorstellung ja schon gesagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen so, dass wir sagen, die Voraussetzungen, die strukturellen Voraussetzungen, die notwendig sind, damit alle gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten getan werden können, sollten tendenziell durch für die Benutzerinnen kostenlos zugängliche Infrastruktur abgesichert sein. Wir leben heute in Gesellschaften, in denen von der Idee her öffentliche Infrastruktur dafür da ist, die Erwerbstätigkeit abzusichern, die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit abzusichern. Nicht aber abgesichert wird dadurch alles das, was außerhalb der Erwerbstätigkeit stattfindet, Kehrtätigkeiten und alles andere. dieses müsste ebenfalls abgesichert werden und zwar nach dem Grundsatz, das, was alle mehr oder weniger umfangreich nutzen, sollte ein öffentlicher und für die Benutzerinnen kostenloser Infrastruktur zur Verfügung stehen. Das betrifft eine ganze Reihe Dinge, einige, die in der Idee auch jetzt schon so organisiert sind, also wir werden alle mal alt und krank und die gesetzlichen Sozialsysteme sind genau dafür vorgesehen, auch wenn sie längst nicht mehr alle Menschen erfassen, das ist ein anderes Problem, aber von der Idee her ist das so gedacht, aber wir brauchen alle Mobilität, wir brauchen alle Energie und eine ganze Reihe andere Dinge, die würden wir als öffentliche Infrastruktur denken, für die Benutzerinnen kostenlos gesellschaftlich finanziert. Das hat ökologische und ökonomische Vorteile, weil die Systeme so einfach billiger werden, wie wenn jeder sich die Dinge am Markt kaufen muss. Es ist aber entscheidend, dass die Bereiche, und da gibt es eine ganze Reihe, die der individuellen Wahl unterworfen sind, Ronald hat das mit Butter und Bier gemacht, dass die tatsächlich monetär abgedeckt bleiben, solange wir in einer Geldgesellschaft leben. In einer Gesellschaft, in der man kostenlos zugreifen kann, wie zu Hause in der Familie oder in der Wohngemeinschaft, da wird ja auch nicht verrechnet. Da braucht man das Geld nicht. Aber in einer Gesellschaft, die mit Geld funktioniert, kann man auf Geld als Teil einer materiellen Versorgung der Menschen nicht verzichten, weil eben Geld tatsächlich das einzige Medium ist, mit dem ich entscheiden kann, zu welchen Gütern und Dienstleistungen ich Zugang haben will. Ich würde mal darauf noch ganz kurz sagen, wir haben auch in der Gesellschaft ein großes Problem, dass wir alle hoch traumatisiert sind, eigentlich von dem, was uns die Gesellschaft schon angetan hat, beziehungsweise was wir uns alle gegenseitig antun und daraus heraus fehlt uns allen das Grund beziehungsweise Urvertrauen in den Menschen und deshalb okay, Freiheit ganz richtig, aber machen wir über Gutscheine, weil zu viel Freiheit, dann könnte ja der andere machen, was er will. Und das können wir nicht zulassen, weil auch gerade der Deutsche hat ein ganz großes Problem und das merke ich ja als leidenschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiver Taugenichts, also der macht ja nichts, das ist schon schlimm, aber der macht ja was er will, das geht gar nicht. Ja, vielen Dank, es gibt glaube ich eine weitere Frage oder Statement aus dem Publikum, bitte. Ja, beides wahrscheinlich. Mein Name ist Ulrich Buchholz, ich komme aus Bonn von der Bonner Initiative Grundeinkommen. Erstmal, ich finde hier die Diskussion sehr toll, ein Gedanke ist ein bisschen verloren gegangen, den Frau Pieper am Anfang nochmal gestellt hat, das war so dieser Ansatz, ist das Grundeinkommen eigentlich ein globales Projekt oder ein nationales Projekt und an welcher Ecke fangen wir eigentlich an? Also diese Frage nach dem Weg und wo fangen wir an, die finde ich ist ein bisschen verloren gegangen und da möchte ich daran erinnern. Wir selber in Bonn haben uns jetzt eine Weile damit beschäftigt nochmal zu fragen, was ist eigentlich aus dem Projekt in Namibia geworden, aus dem Otivero Projekt. Wir hatten mal dazu eine Ausstellung gemacht, die haben wir jetzt aktualisiert und in dem Kontext bin ich nochmal auf dieses Zitat gestoßen, dass das Big, wie es da heißt, ein kleines Projekt für Otivero ist, dass es aber auch für Namibia sein soll und danach für die ganze Welt. Welt, also das habe ich für mich so übersetzt, das ist ein Gedanke, das Grundeinkommen oder ein Gedanke, den man im Kopf immer ganz groß denken muss, sowohl da, wo man ist, als auch für die ganze Welt oder auch für die EU, aber trotzdem muss man ja irgendwie die Kurve kriegen zum nächsten Schritt und da finde ich, was der Herr Liebermann gesagt hat, dass man da, wo man ist, auch besser anfangen kann, weil man die Situation besser kennt, die Verhältnisse kennt und mehr Einfluss hat, das finde ich erstmal naheliegend und für mich ist das auch eher der Ansatz, da zu arbeiten, wo ich mich auskenne oder wo ich die Dinge, die vorhanden sind als Instrumente oder als Beteiligungsmöglichkeiten nutzen kann, aber das ist mehr so meine Sicht auch und nebenbei noch die Botschaft, wir haben da diese etwas ältere Ausstellung über dieses charmante Projekt wieder aktualisiert und die Frage jetzt an das Podium nach dem Weg, also wie sehen Sie und hier dann diese Frage nach national, global oder wo anfangen oder was ist sozusagen der Weg, den die sich vorstellen, das würde mich noch richtig zufrieden machen, wenn da noch ein bisschen mehr kommen würde. Dankeschön. Michelle, du hattest dich gemeldet, passt das dazu oder in einer nächsten Runde? Okay, dann gebe ich das Mikro mal einmal rum. Ja gut, ich hatte in der ersten Wortmeldung dazu ja schon ein bisschen was gesagt und Sacha Liebermann hat tendenziell eher gesagt, das ist zu utopisch. Ich glaube, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen nur als globales Projekt denken kann. Ich bin da ganz bei Corinna Milborn, einer österreichischen Journalistin, die sich in einem der ersten Bücher, die sich zum Thema Grundeinkommen gemacht hat, 2007, genau so geäußert hat und zwar mit dem Argument, wer ein Grundeinkommen national denkt, vergisst die Tatsache der Migration. Menschen bewegen sich auf dem Globus hin und her, aus Gründen der Not und des Zwangs, aber auch aus Gründen ein besseres Leben zu suchen und das ist gut und richtig so, dass Menschen dies tun und dass sie dies tun können und dürfen und eine solche Welt ist dauerhaft und ernsthaft nur vorstellbar, wenn die Lebensbedingungen weltweit auch in etwa ähnlich sind. Eine massiv nach Arm und Reich gespaltene Welt wird gar nicht umhinkommen, entweder mit Migrationsbewegungen umzugehen, die so groß sind, dass man damit nicht umgehen kann oder tödliche Mauern zu errichten gegen die, diejenigen, die du in deiner Jugend noch erlebt hast, sich anfühlen wie Kindergartenzäune. Das erleben wir ja aktuell. Genau das erleben wir ja aktuell, wie um die Europäische Union herum jährlich viele tausend Menschen zu Tode kommen, von denen man nichts anderes sagen kann, als dass sie ermordet werden, auch wenn dann niemand aktiv steht und schießt. Wer dies nicht will, muss überlegen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen als globales Projekt in Gang gesetzt werden kann. Es gibt dafür Überlegungen, es gibt Ansätze. Das namibianische Projekt ist genau ein Element in einem solchen Konzept, als Basic Food Income in der internationalen Debatte durchaus auch präsent, also als Mindesteinkommen gegen den Hunger. Die Idee dabei ist mit, in einem ersten Schritt, sehr kleinen Geldbeträgen zumindest alle Menschen mit einer materiellen Basis auszustatten, die dafür reicht, dass sie sich satt essen können. Dies ist schon mal ein allererster wichtiger Schritt dafür, dass Menschen dort weiterleben können, wo sie bisher gelebt haben und wo sie leben möchten und wo sie bleiben möchten, dass nur noch die gehen, die das aus freien Stücken tun und niemand aus Not und Druck. Und unsere Attac-Mitgliedsorganisation FIAN, ein internationales Netzwerk, das sich mit dem Problem des Hungers befasst, hat schon vor langer Zeit auf der Basis der Zahlen von 2006 dieses Projekt mal global durchgerechnet, mal ausgerechnet, was wird das kosten, wenn man das macht, wenn man überall auf der Welt jedem Menschen so viel Geld gibt, dass er sich satt essen kann unter den gegebenen Bedingungen. Und die sind damals zu dem Ergebnis gekommen, wenn man in jedem Land erwartet, dass es ein Prozent seines Bruttoinlandprodukts für ein solches Projekt ausgibt, für ein solches Basic Food Income, dann müsste man den ärmsten Ländern helfen in einer Höhe von 0,24 Prozent des Bruttoinlandprodukts der OECD-Länder. Ich habe mich nicht versprochen, 0,24 Prozent des Bruttoinlandprodukts der OECD-Länder. Den Hunger kann man aus der Porto Kassa abschaffen. Und Jacques Chirac hat 2004 nach dem Tsunami einen wunderschönen Vorschlag gemacht, wie man das finanziert. Er hat das nach drei Tagen dann zurückgezogen, weil er Druck von seinen Präsidenten und Kanzlerkollegen und Kolleginnen bekommen hat. Er hat damals vorgeschlagen, für die Tsunami-Opfer die Hilfen zu finanzieren aus verpflichtenden Abgaben auf internationale, auf globale Flugbewegungen. Also als eine globale internationale Steuer, aus der man das bezahlt, das wäre von heute auf morgen machbar. Die Projekte sind gemacht, nicht nur in Namibia, in Sambia, in Malawi, in Ghana gibt es solche Projekte. Man weiß, wie das funktioniert, ein solches Basic Food Income. Man kennt die Strukturen. In Namibia hat die namianische Post gesagt, wenn ihr das einführt, machen wir in jedem Dorf eine Postfiliale auf. Diese Dinge kommen sofort von alleine. Das wird machbar sein. Das ist eine reine Frage des politischen Wollens, keine Frage der Kosten, keine Frage der Strukturen, sondern nur es zu machen. Ja, man könnte jetzt sagen, ja eben, politisches Wollen. Ja, also das andere sind ja einfach Spielereien mit dem Rechnen, das ist klar. Politisches Wollen ist entscheidend und man muss sich doch fragen, wenn wir gucken, wo diese Diskussion stattfindet öffentlich, ist das ein Anzeichen dafür, dass vielleicht die Frage mit dem individuellen bedingungslosen Grundeinkommen etwas damit zu tun hat, welches Verhältnis in Gesellschaften zwischen Gemeinschaft und Individuum gedacht wird. Hat das damit was zu tun? So, denken Sie, in Clan-Strukturen hat das Individuum gar kein eigenständiges Recht. Es ist immer Bestandteil des Clans oder Stammes. So, wenn wir, so wie wir argumentieren, wir argumentieren hier immer vor unserem Hintergrund. Da ist das vollkommen zwingend, ja. Aber die Frage ist, wie ist das in anderen Kulturräumen? Wie sieht es da aus? Ich kann nicht entscheiden, wie die Empfänglichkeit da ist, aber wenn man schaut, wo die Diskussionen stattfinden, hat man den Eindruck, da wo wir uns befinden, da scheint das Grundeinkommen nahe zu liegen. Zumindest diskutieren wir darüber. Wo ist die öffentliche Diskussion? Ja, aber wer hat das denn finanziert in Namibia? Nein, das ist nicht egal. Das war eigentlich ein verkapptes Entwicklungshilfeprojekt. Das ist ein Problem, kann man auch sagen. Also, ich will damit nur auf eines hinaus. Natürlich, das hat der Herr Räts ja zu Recht gesagt, die Idee als solche ist ja nicht national beschränkt. Also, man kann nicht sagen, die dürfte nur hier oder da diskutiert werden. Keine Frage, das sehe ich genauso. Die Frage ist, wo kann ich anfangen? Und wo bin ich, ist es auch legitim, dass ich anfange? Weil ich kann den Südafrikanern nicht sagen, was sie haben wollen. Das müssen die selbst wissen. Und ich kann hier natürlich mich öffentlich einsetzen dafür und da muss man sich überlegen, was kann man da machen? Vortragsveranstaltungen, an welche Themen kann man anknüpfen? Das, was also über die Jahre immer geschehen ist schon. Aber erzwingen kann man das natürlich nicht. Das fordert einen langen Atem. Ich meine, wir sind ja jetzt alle schon mehr als zehn Jahre damit befasst. Das hätte vielleicht am Anfang keiner so recht gedacht und man weiß eigentlich nicht, wie lang es noch dauert, wenn es überhaupt jemals eingeführt wird. Auch das weiß man ja nicht. Da muss man dranbleiben, wenn man das will. Und dann wird man sehen, was passiert. Mehr würde ich nicht trauen, mich trauen dazu zu sagen. Man kann alle möglichen Dinge ausversuchen, Werbekampagnen nutzen, irgend das Thema ins Spiel zu bringen, aber vor allem die Verbindung zu Themen, die die Leute beschäftigen. Also jetzt die Digitalisierungsdebatte kann ein Anlass sein, das aufzugreifen. Die Volksabstimmung in der Schweiz kann man nutzen, um Veranstaltungen zu machen, zum Beispiel zu direkter Demokratie und Grundeinkommen. Wir haben ja zu direkter Demokratie auch ein bisschen schwieriges Verhältnis. Ja, das sind so Anlässe, die man suchen kann. Vielmehr, man kann sich vernetzen, das geschieht ja auch, das muss man alles nicht von Neuem machen. Das ist es aber eigentlich. Stetig daran weiterwirken und sehen, was passiert und darauf reagieren. Mehr wüsste ich jetzt nicht, was man machen soll. Also das klingt jetzt ein bisschen ernüchternd, ich meine das aber gar nicht so. Es ist einfach realistisch, es ist auch Erfahrung. Und es kann ja trotzdem was bewegen, wenn dann jemand kommt und sagt, das Beispiel kam jetzt vorhin mit dem, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder war es nach zehn Jahren, der dann kommt und sagt, jetzt habe ich das verstanden mit dem Grundeinkommen, was ich damals total abstrus fand. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht öfter. Dass es auch eine Weile braucht, bis manche Leute dann sehen, wie das eigentlich verknüpft ist mit anderen Fragen. Und am Anfang die Widerstände so groß sind. Und das braucht offenbar Zeit, bis sich das klärt. Und man weiß nicht, wie lang. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich befürchte, Sie sind mit der Antwort in etwa so ein bisschen unzufrieden, wie ich auch. Okay, hier, Sie wollten auch noch mal. Ganz kurz, also wenn ich mich international, global mit dem Thema Grundeinkommen beschäftige, mich austausche mit Leuten aus Namibia, Indien, wo auch immer her, das ist vollkommen egal, dann berücksichtige ich natürlich, und das ist ja genau der internationale Vernetzungsgedanke, natürlich die ganz konkreten Gegebenheiten im jeweiligen Land, in dieser Region, das ist doch ganz klar. Und da werden auch ganz andere Debatten geführt, vielleicht ist für uns erst mal wichtig, dass die da sagen, also okay, wir brauchen aber ein Recht auf Zugang auf sauberes Wasser, das ist uns allerwichtigste. Und das am besten kostenfrei, also im Sinn von Commons, Almenda, wie die Begriffe jetzt alle heißen. Also das eine schließt das andere nicht aus, wer denkt zu sagen, ich will mich international für das Grundeinkommen global engagieren, dass ich dem anderen mein Konzept, wie ich das Grundeinkommen hier in Deutschland umsetzen würde, überstülpe, der liegt natürlich falsch. Das wäre imperial. Und soweit ich die Grundeinkommensszene kenne, international, europäisch und Deutschland, gibt es ganz wenig Imperialismen in der Grundeinkommensszene. Es gibt einige Konzepte, die imperial sind, aber da will ich heute mal nicht drüber diskutieren. Aber das ist ganz klar, dass zum Beispiel in diesen sogenannten Entwicklungsländern diskutiert wird, wem geben wir in der Familie das Grundeinkommen, dem Vater oder der Mutter. Das ist eine Diskussion, die man übrigens auch in Deutschland führen könnte, aber die hat uns nicht zu scharf geführt. Dort hat es einen anderen kulturellen Hintergrund, das muss man alles berücksichtigen. Also, wer Klimawandel bekämpfen will, Klimawandel im Sinne von, es macht uns kaputt, muss lokal und global denken und handeln und das beim Grundeinkommen nicht anders, immer unter berücksichtigen der jeweiligen Gegebenheiten im Kontinent, in der Region, in der entsprechenden Kultur, das ist ganz klar. Ja, herzlichen Dank. Michelle. Ja, schönen Abend. Vielen Dank für die Diskussion. Bis hierhin, mein Name ist Michelle Marscheng, ich bin Vorsitzender der Piratenfraktion hier im Landtag und ein bisschen der Mann, der jetzt Zucker in den Tank kippen möchte. Vorweg gesagt, bin ich Grundeinkommensbefürworter. Ich bin sehr technikpositiv eingestellt. Ich glaube, dass wir gerade in der Veränderung, die wir auch haben, was den 3D-Druck angeht, mit dem, was in den letzten Jahren passiert, dass immer mehr Güter immer erschwinglicher werden, dass Maschinen sich selbst reproduzieren, dass Maschinen Dinge bauen, die vor zehn Jahren, vor 20 Jahren einfach weit nicht vorstellbar waren, dass wir darauf hinauslaufen, dass es bald Güter geben wird, wo ich mir zu Hause, wo ich zu Hause auf einen Knopf drücke und dann kommt etwas raus, wo ich vorher hätte in einen Laden fahren müssen, wo vorher ein Spezialist hätte etwas anfertigen müssen und so weiter. Ich glaube, wir laufen auf eine solche Gesellschaft zu und ich glaube, dass wir über Verteilungsfragen komplett neu nachdenken müssen. Jetzt kommt der Zucker. Ich habe ein Problem bei der Diskussion, wie sie hier geführt wird. Denn diese Diskussion, ich befürchte, die läuft ein bisschen zu sehr in Richtung Allmende, in Richtung Gemeingut, in Richtung nicht nur Grundeinkommen, was für mich etwas damit zu tun hat, dass es über dieses Grundeinkommen hinaus eben noch etwas gibt. Die läuft ein wenig zu sehr auf eine, wie soll ich das nennen, auf eine Utopie hinaus, die davon ausgeht, dass die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen befriedigt sind und dann ist aber auch Schluss. Auf dieses Grundeinkommen, so wie ich es verstehe, das befriedigt eben wirklich nur Grundbedürfnisse und alles darüber hinausgehende wird eben dann doch über Arbeit erwirtschaftet, wird eben doch über etwas, das dem jetzigen System von Leistung, die in irgendeiner Form bezahlt wird, zumindest nahekommt, finanziert. Und so verstehen es auch Menschen draußen auf der Straße, wenn man sagt, Grundeinkommen, das ist ein gewisser Grundstock, den bekommst du, möchtest du mehr haben, möchtest du Luxus, möchtest du Dinge, die eben nicht zu dieser Grundversorgung gehören, dann musst du dafür noch extra was tun, dann musst du noch was on top verdienen. Ich habe jetzt tatsächlich das Problem damit, wenn man sagt, ich kann das verstehen, ich hege durchaus Sympathien, aber wenn man sagt, naja gut, jetzt gibt es eben die Stromversorgung umsonst, es gibt die Wasserversorgung umsonst, es gibt dies umsonst und das umsonst und alles ist irgendwie allmende und alles gehört irgendwie zu einer Grundversorgung, weil die Menschen ein Recht darauf haben. Wo soll dann noch das stattfinden, was über eine Gleichschaltung aller Menschen hinausgeht? Nämlich über das, dass man sagt, der Mensch ist nicht nur grundversorgt, sondern er hat noch Bedürfnisse darüber hinaus. Also Pavlovsche Bedürfnispyramide, die dann irgendwie so über Ebene 1, 2, alles was darüber hinausgeht. Maslow, Entschuldigung, Pavlov war der mit den Hunden und dem, ja danke. Ja, also alles, was darüber hinausgeht und wo ist das Individuum, wo ist, dass ich als Mensch entscheiden kann, ich möchte eben mehr oder ich möchte eben weniger, ich bin mit dem zufrieden, was das Grundeinkommen mir bietet oder ich tue tatsächlich was dafür, dass ich in einem gewissen Luxus lebe. Ja, vielen Dank. Bevor ich jetzt um eine kurze Antwort bitte, möchte ich eben sagen, der Professor Liebermann muss gleich irgendwann sehen, dass er seinen Zug bekommt und ich würde jetzt um eine kurze Antwort bitten und dann würde ich gerne noch eine Abschlussrunde machen. Mit dem Grundeinkommen habe ich die Möglichkeit dazu zu verdienen, wenn ich in der Marktwirtschaft mit Erwerbsarbeit lebe, ich kann nur sagen, ich tue mich mit anderen Leuten in der Genossenschaft zusammen, mit den drei Druckern und mache Subsistenzwirtschaft. Das sei dahingestellt, diese Freiheiten sind möglich, bloß mal, ich gebe zu bedenken, also dass in der ganzen Debatte und die solidarische Ökonomie genau diese Ebene gedacht wird, dass wir eine Genossenschaftsebene haben, eine solidarische Ökonomie-Ebene, die geldlos auskommt, die bestimmte Dinge mit produziert, subsistenzwirtschaftlich, kollektiv und wir mit dem Grundeinkommen die freien Zeiten dazu haben. Das ist eine Form der Debatte, muss ich nicht zu führen. Kurz hat die anders geführt, er hat gesagt, ein Standbein in der Erwerbsarbeit, in der Erwerbsarbeitswelt, um bestimmte Qualifikationen zu bekommen, das war seine These, und das andere Standbein quasi in der Subsistenzökonomie und das mit Grundeinkommen und mit Recht auf Unterbrechung der Erwerbsarbeit zusammengekoppelt, diese zwei Formen. Also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und gerade bei der 3D-Drucker-Diskussion hätte ich sozusagen die Frage, ergibt es dann, dass ein technologischer Schub ergibt sich dadurch nicht die Möglichkeit, andere Formen von Organisation, von Produktion mal auszuprobieren. Nämlich selbst ermächtigte oder selbst organisierte Formen. Und das wäre für mich die entscheidende Frage. Die hängt für mich gar nicht so unbedingt an dem Thema Grundeinkommen, nur ich sage, das Grundeinkommen befördert solche Möglichkeiten. Das wäre meine Antwort drauf. Das bedingungslose Grundeinkommen wird an der Notwendigkeit, dass der gesellschaftliche Reichtum von Menschen mit Arbeit produziert werden muss, nichts ändern. Völlig egal, wie man dieses Grundeinkommen ausstattet, ob das nur monetär oder auch als Infrastruktur, ob das hoch oder niedrig ist, das, was an Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung stehen soll, müssen Menschen mit Arbeit herstellen. Das wird nicht anders funktionieren. Auch das, was Maschinen tun, das ist dasselbe, wie Herr Liebermann eben bei dem Erbe gesagt hat, auch die Maschinen kommen irgendwo her. Die muss ja auch irgendjemand vorher gemacht haben. Die Maschinen, die Maschinen machen, muss auch irgendjemand gemacht haben. Es kann sein, dass das immer weniger wird, dass Menschen immer weniger Arbeitszeit und Leistung dafür aufbringen müssen, um das zu machen, was an Gütern und Dienstleistungen gemacht werden muss. Aber es muss von Menschen gemacht werden, Grundeinkommen hin oder her. Ich habe das Vertrauen darauf, dass eine zukünftige Gesellschaft so funktionieren wird, dass Menschen dies auch tun, weil sie es einsehen und nicht aus bloßer ökonomischer Not, so wie das heute zum Teil ist. Sollte das nicht so sein, da zitiere ich dann die mehrfach geäußerte Äußerung von Herrn Liebermann, das wissen wir nicht, sollte das nicht so sein. Im Moment sieht es danach aus, dass Leute drängen danach, in Erwerbsarbeit Dinge herstellen zu können und das gar nicht dürfen, weil sie keinen Erwerbsarbeiterplatz kriegen. Wenn wir in Zukunft feststellen, das reicht nicht, das, was die Menschen Erwerbsarbeiten wollen, was sie an Gütern und Dienstleistungen herstellen wollen, reicht nicht, um den gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren, dann muss die Gesellschaft dann darüber diskutieren, wie sie dieses Problem lösen will. Das Einzige, was ich sage, ist, sie darf es nicht so lösen, dass sie den Menschen das Existenzminimum, das physische Existenzminimum entzieht und sie über ökonomischen Druck dazu zwingt zu arbeiten. Das ist das Einzige. Aber sich den Kopf drum machen, wie die Tätigkeiten getan werden können, die getan werden müssen und die im Moment, die man tut, sich darum den Kopf machen, wird eine Gesellschaft dann tun müssen, wenn es nicht von alleine funktioniert. Klar. In der Diskussion sehe ich auch immer, beziehungsweise wird darauf gar nicht geachtet, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die seit Jahrhunderten, beziehungsweise seit Jahrtausenden, ja eigentlich eine Diktatur, es ist Diktatur des Kapitals, ich habe eine Weile in der Diktatur der Ideologie gelebt und so weiter. Ja, also es ist eine Gesellschaft entstanden, die wir jetzt uns vorstellen können, weil wir drinnen leben. Ja, würde es eine Parallelgesellschaft schon seit Jahrtausenden geben, die Grundeinkommen hätte, ich denke mal, die würden sich über uns totlachen, ja, was wir uns hier rumquälen und so weiter. Und deshalb, was mit dem Grundeinkommen eigentlich kommen wird, können wir überhaupt nicht wissen, können wir gar nicht ahnen heute. Ja, also wesentlich ist das jetzt schon gesagt worden. Ich meine, wir haben ja auch heute, können wir doch feststellen, dass in verschiedenen Gesellschaften mit solchen Fragen, auch was ist öffentliche Infrastruktur und was nicht, ganz unterschiedlich umgegangen wird. Wenn Sie nur vergleichen die Schweizer Bundesbahn mit der Deutschen Bahn. Die Schweizer haben ein ganz anderes Verhältnis zum öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr, muss man dazu sagen, dass die kämen nicht auf die Idee, das zu privatisieren. Ja, wir schon aus irgendeinem Grund. Ja, klappt, aber hat nicht so gut geklappt. Ist ja auch nicht wirklich privatisiert. Das ist ja noch das Beste daran. Also ich meine, das ist sehr unterschiedlich und da haben unterschiedliche Gesellschaften unterschiedliche Wertigkeiten auch. Das wird sich auch nicht voll einheitlich entwickeln. Das würde ich auch so sehen. Das wird man da klären müssen. Da muss eine Antwort gefunden werden. Das müssen wir aber heute auch. Das schafft das Grundeinkommen überhaupt nichts Neues. Wir müssen ja heute auch diese Antwort finden. Nehmen Sie doch jetzt die Flüchtlingssituation oder der demografische Wandel, die Zunahme an Demenzerkrankungen und so weiter und so fort. Da müssen wir auch eine Antwort drauf finden. Das löst sich nicht von selbst. Und so ist das mit dem Grundeinkommen auch. Das ändert an dem gar nichts. Befördert vielleicht die Möglichkeiten. Ganz kurz noch? Oder, ja? Kannst du es noch einmal, Mikro? Dankeschön. Ja, es ging nochmal darum, dass, Sie hatten das vorhin angesprochen, wo geht die Diskussion so ein bisschen vorbei. Wir hatten einmal, also mein Name ist Frank Höflich, ich bin in der Organisationsberatung und als Coach auch tätig. Ich begleite Menschen und Organisationen in Veränderungssituationen. Und was wir hier eines Teils angesprochen haben, ist eben, dass wir auch in der gesellschaftlichen Veränderung sind. Das ist meine Meinung. Und Sie hatten das angedeutet, ich habe Ihren Namen wirklich nicht behalten. Ja, Michael Filsch, genau. Also, dass dieser Umkehrprozess zur Individualisierung, also dass wir eigentlich unsere Gesellschaft umbauen auf ein Individuum hin. Also das ist eigentlich die Kernfrage. Das heißt also, ich unterstütze mit jeder Art und Weise doch Ihre Autonomiebewegung. Dass Sie zu einem selbstbestimmten Prozess kommen können, in dem Sie entscheiden können, was für Sie gut ist. Und die Maschloffse Bedürfnispyramide ist eine Pyramide aus fünf Teilen. Und da sitzt in der Spitze die Selbstbestimmung. Der Sinn. Der Lebenssinn. Und was wir hier diskutieren über bedingungsloses Grundeinkommen, ist ja nur die Frage, Sascha Liebermann hat es angesprochen, mit der Frage des Instrumentes. Es ist ein Instrument, diesen Sinn ergreifen zu können, dass ich weiß, einmal in der Ernährung, ich weiß noch, was für mich gesund ist. Ich möchte mich zumindest dahin entwickeln, dass ich weiß, was mein Körper braucht für eine gesunde Ernährung. Das Nächste ist, dass ich auch weiß, was ich tun möchte, damit das, was Sie tun wollen, Sie haben ja auch ein Unternehmen entwickelt, zumindest gesagt haben, aha, da kann ich doch ein Unternehmen entwickeln, das aus einer Ich-Entwicklung herauskommt, was die Bedürfnisse eines anderen befriedigt. Ja, wunderbar. Und zwar genau, ausgehend von Ihrem Bedürfnis, nämlich Ihr Bedürfnis, den anderen mit zu befriedigen an der Stelle. Dafür das Optimale zu tun. Davon ist unsere Wirtschaft im Moment am weitesten entfernt. Insofern immer wieder nur die Diskussion, finde ich nochmal, möchte ich nochmal betonen, diese Autonomie zu unterstützen. Wir sind nicht bei der Frage, ob wir es methodisch jetzt einführen oder nicht, bei der bin ich auch nicht angelangt. Was mich treibt, ist das Gespräch darüber mit dem Nächsten, dass sozusagen, wie ist seine Einstellung, wie ist seine Haltung zu seinem Leben und zu dem des anderen. Und die Diskussion, die brauchen wir. Als wir angefangen haben zu diskutieren, war meine, immer die Gegnerfrage war sofort, ja, der bleibt ja auf dem Sofa liegen. Genau. Weil er frei ist, zu entscheiden, ob er auf dem Sofa liegen bleibt oder nicht. Ich sage ihm nicht mehr, was er soll. Ich weiß auch nicht, was für ihn gut ist. Aber für mich ist es gut, wenn ich es hätte, dann kann ich machen, was ich will. Und das wird garantiert nicht zum Schaden des anderen sein. Und das ist das Grundbedürfnis, was in den Menschen im Allgemeinen liegt, eben auch global. Es wird nicht zum Schaden des anderen sein. Weil ich schon bereits fühlen kann, wie es einem anderen Menschen auf der Erde irgendwo geht. Wenn wir uns mal wirklich wach machen, dann wird jeder von uns mal fühlen können und denken können, wie es einem anderen Menschen auf der Erde geht. Ob das in Syrien ist oder in Afrika oder sonst etwas. Und darauf möchte er seinen Lebenssinn eigentlich ausrichten. Da sind wir nämlich längst in einem Umbruch, in einem revolutionären Prozess, innerlich als Mensch. Ich kann dem aber noch nicht folgen. Weil noch das, was ich in dem Kontext, in dem ich stehe, das nur bedingt möglich macht, dass ich da frei bin zu entscheiden, was ich als nächstes tue. Und dieses Gespräch darüber, dass ich das vielleicht doch entscheiden kann, das finde ich in so einer Podiumsdiskussion aus- und vorzüglich, sag ich jetzt mal, dass wir überhaupt in dieses Gespräch kommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir immer mehr in dieses Gespräch darüber kommen, dass wir dieses Gefühl längst haben. Wir haben auch heute Abend mehrmals darüber gesprochen. Und dass das echt ist, dieses Gefühl. Also ein Wahrheitsgefühl auch, dass das richtig ist. Oder was auch immer richtig ist. Und dass das bedingungslose Grundeinkommen ein Instrument dafür sein kann. Vielen Dank. Also ich stelle... Vielen Dank für den Wortbeitrag. Ich stelle zumindest fest, dass wir eine unterschiedliche Vorstellung von dem Wort kurz haben an dieser Stelle. Trotzdem herzlichen Dank. Der Herr Professor Liebermann muss los, da kommt glaube ich das Taxi. Ich würde Sie gerne noch drei Minuten verhaften. Also es war jetzt alles schon mal ganz schön so und wir sind uns in vielen Dingen einig und wir haben ja jetzt auch ganz toll diskutiert. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, wir haben gerade festgestellt, wir gehen jetzt in die Öffentlichkeit und wollen die Leute alle mitnehmen. Jetzt stelle ich mich irgendwo an Infostand Samstag und erkläre irgendjemandem was von der Diktatur des Kapitals. Yo, das wäre toll. Ich nehme Sie vier jetzt mit nach draußen an den Infostand und wir hören mal, was die Leute sagen und sie sagen mir in drei, vier Sätzen, was sagen sie denen dann? Ja, das erste ist, dann bleiben die doch alle im Bett liegen. Was würden Sie denn tun? Wir haben das oft gemacht. Wir haben diesen 1000 Euro Schein gedruckt, haben hinten drauf gedruckt, wie wir uns ein Grundeinkommen vorstellen und gehen in Bonn in die Innenstadt, das machen wir regelmäßig, zwei, dreimal im Jahr, geben den Leuten diesen Schein und sagen, was würden Sie machen, wenn der echt wäre und Sie den jeden Monat bekommen. Wir warten gar nicht auf die Frage, dann bleiben die Leute im Bett liegen, sondern wir fragen die, was sie machen und wir haben noch nicht einmal gehört, dass jemand sagt, ich setze mich dann vor die Glotze, gucke Pornos und trinke Bier. Dankeschön. Dann kommt der Nächste und sagt, es geht doch kein Mensch mehr in so ein Altenpflegeheim und macht so einen beschissenen Job. Wer will das dann noch machen? Unterschätzen Sie mal die Leute nicht. So, dann wird ja immer behauptet, wenn wir dieses BGLE haben, dann ist kein Kind mehr arm. Super. Ich glaube nicht, dass wenn wir diesen Eltern Geld geben, dass alle wirklich das Geld für die Kinder ausgeben. Dann gibt es ein großes Auto, dann gibt es einen dicken Urlaub. Wer garantiert uns denn, dass das Geld bei den Kindern dann auch ankommt? Gar keiner. Das hatte ich schon kurz gesagt, dass wir alles irgendwo gebrochene Menschen sind, dass wir kein Urvertrauen in den Menschen haben, in die anderen Menschen und es nicht denken können, dass eine Familie eigenständig im Wohle oder für Wohle der Kinder agieren kann. Und die letzte Frage, das kann gar nicht sein. Wir können doch hier nicht eine Million Flüchtlinge mitfinanzieren und wenn wir das machen, dann haben wir nicht eine Million, dann kommen aus der ganzen Welt die Leute, weil bei uns braucht man nicht arbeiten, da kriegt man die Kohle einfach nur so. Dann muss ich dafür sorgen, dass die Menschen aus Not nicht flüchten müssen. Punkt. Ja. Ich glaube, die meisten würden noch fragen, wie sollen wir das bezahlen? Okay, letzte Frage in die Runde. Wie sollen wir das bezahlen? Gut. Das ist also im Rundlich-März-Bende-Korriker. Wie kommen wir von A nach B? Was? Nein, ich möchte jetzt gerne, also das ist ja hier auch diese Frage, die wir dann bekommen, wenn wir damit nach draußen gehen, tatsächlich vielleicht in ein, zwei Sätzen. Wie wollen wir das bezahlen? Das ist doch bezahlt. Es ist doch längst bezahlt. Die Dinge, die notwendig sind, die Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind für ein gutes Leben aller, die sind doch in der Welt und was in der Welt ist, ist auch bezahlt. Das ist doch nur eine Frage der Verteilung. Genau. Ich kann es immer nur wieder betonen, Grundeinkommen ist für mich ein Grundrecht als Ersatz für die Nutzung der Ressourcen dieses Planeten. Ich diskutiere nicht darüber, ob ich das wert bin. Ich bin es wert. Man muss die Frage anders stellen. Die Finanzierungsfrage wird immer als Rechenfrage gestellt. Woher kommen denn die Leistungen, die wir heute haben? Das ist doch die Frage. Verbessert das Grundeinkommen, die Situation, um Leistung zu erbringen oder nicht? Und davon hängt das dann ab. Wir rechnen immer nur. Wir fragen uns aber nicht, woher kommt denn das, das wir berechnen? Ja, aber das ist ja viel entscheidender. Warum machen die Leute heute, was sie machen? Also das ist mir ein bisschen zu opfermäßig, wie Sie das jetzt geschildert haben. Da ist viel mehr Initiative und Drang dabei. Der wird vielleicht hier und da gehemmt und behindert, aber der ist ja da. Das kenne ich auch. Wenn ich nicht weiß, was ich antworten soll, man muss die Frage anders stellen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Gästen. Ich fand das sehr erhellend. Ich glaube, es hat allen ein bisschen was gebracht, Spaß gemacht. Und wir gehen jetzt, wer mag, noch hier rüber ins Kitt. Da gibt es einen Schluck zu trinken, auch einen Happen zu essen. Ich würde mich freuen, wenn ihr, sie dabei wärt und dann sage ich bis gleich. Herzlichen Dank.